Da sind wir wieder. Mit Basement. Hallo Basement. Hallo. Na, wie geht's? Gut. Das ist schön. Gott. Du alles, warte, warte, Moment. Jetzt ist hier aber was verkehrt. Na. Gott. Also, du. Umschalten. So. Das machen wir mal löt. So. Ja, gut. BMW, danke. Danke. Und dir? Auto verkauft. Start. So. Hier regnet das. So, jetzt müssen wir einmal hier. So. Einen Moment. Geh gleich los. Alles doppelt. Ja, ich guck schon mal. Ja, guck dir mal. So, nun haben wir es. So. Wieso sind die alle voll frey? Was ist da los, BMW? Was ist da los? Müssen wir da mal hinkommen und aufräumen, oder? Ich höre den alles doppelt, eh? Und dann los. Also, hast du meinen streamen an und leise? Ja. Ja. Ist auch leise, Sige? Noch gar nicht an, aber leise ist, ja. Ja, okay. Okay. Warte, geht gleich los. So. Ja, das ist, ich hab mal so für Eindruck. Für wie viel wirst du denn loswerden, wenn man fragen darf? So, ein bisschen Spielraum ist ja immer da, ne? Aber trotzdem, du wirst ja. Ja, guck mal. Du wirst. Ja, 5'5 und ein bisschen handeln, oder was? Wer ist denn da auf meinem Trecker? Haldur? Haldur ist schon wieder weg. Oh, nein. Ja, ein bisschen handeln kann man ja immer noch, ne? Aber manche sind echt unverschämt, ne? Mit zweier Typ, ja, guck mal. Naja, das geht nicht. So, pass auf. Ich hole uns mal. So, wie war das nochmal? Gibt es eine Überladeschnecke? Genau. Redewahl. Oh, das, irgendwas hakt hier. Was soll das? Hallo, was ist der Verkennung? Na, du? BMW ist immer gut drauf. Schön, dass du da bist, BMW. Böladeschnecke. So. Wie war das denn nochmal? Wie war das, Kippen nochmal? Mit I, oder? Äh, ja. Ja. Und mit I macht er noch nichts. Wieso macht er nichts? Wie zu weit weg, oder? Ja, das ist erst, wenn er dir das anzeigt, ne? Mit I. Oh, ich freue mich auf BMW. Das ist immer schön. Moin, HSV-Flo. Alles gut? Auch wieder im Start. Naja. Hey, du musst das Ding mal ein bisschen runter machen. Die Schnecke da mit deiner Maustaste. Ach so war das, ne? Ah, siehste. Und dann zeigt er dir das irgendwann an, mit I. Was man ein Stück vorstammt. Ja, ach so war das. Ja, du kannst ruhig noch ordentlich weiter her. Nu, geil. Siehste. So, geil. Hier, dann nehme ich deinen Trecker, wa? Du hast ja meinen. Ja, kannst du. Gönn dir. Danke, Bruder. Aber auch das Waschen nicht vergessen, ne? Nein, um Gottes Willen. Nicht waschen, versprochen. Eine freie Kapazität für... Ja gut, du. Denn... Dann fahren wir den nochmal ein Stück vor hier. Support, immer da, richtig. Genau. Hallo. Ja. Was ist denn los? Wie geht's dir? Mir geht's dir fragen. Mir geht's dir fragen. Ach so, danke, gut. Und selber BMW, mein Freund. Ja, wird nicht angeht. Ah, ich wurde geblitzt. Bin jetzt verdammter. Ah, ich fass mal mit. 33 Euro. Bist du denn, bist du denn unterwegs oder bist du noch zu Hause? Ui, mir wird erschwindelig hier. Im Urlaub gibt's ja... Ja, ich weiß gar nicht, wie das geschrieben wird. Was ist denn Urlaub? Aber... Ihr seid jetzt zu Hause denn, oder was? Nee, nee, nee. Kein Urlaub. Andereinhalb Wochen noch, dann habe ich Urlaub. Ja, verdienterweise. Recht hat er, Mann. Das stimmt. Was denn? Wo geht's denn, BMW? Was aber auch hier... Weiß ich nicht. Du hast ja nicht mal rundum leuchten auf dem Dach bei deinem. Du bist ja wieder nur rein, Farbe, kaufen und weg, ne, oder? No. Ich könnte gut rundum leuchten, wenn die mich jetzt... Habt ihr... Habt ihr Haus gemütet, oder? Alles schön. Das macht Spaß, ne? Schön ruhig. Ach, schon wieder mischen. Blit. Ja, ich hab ja auch keine Zeit. Ja, weiß ich nicht. So haut man die Kohle raus, Alter. Ja, was soll ich machen, Alter? Ja, scheißegal. Ich hab erstmal... ...schöne neue Sehmaschine gekauft für uns. Herrlich ist es. Noch eine? Ja, für Mais, Alter. Was ein Gerät. Ja, gut. Oh, jetzt hab ich wegen... Sag mal, komm noch mal vorgefahren zu uns. Ja, ich komm eh zu dir, weil ich... ...saatklau aus dem Anhänger. Ganz ruhig, der steht noch schön da, wo du gekleckert hast. Mit Zusatztank für vorne. Ich hab ja hier nur das Beste gekauft. Ja, keine Kosten gescheut, ne? Ja, das spart ja auch Zeit auf die Dauer. Wenn das nicht um deine Kohle geht, dann... Ach so, war das dein, sondern... ...nö, unser. Das war das Familienkonto. Irgendjemand hat hier mit Saat gekleckert. Ist das richtig? Ja. Ja. Der wollte einer den anderen herklauen und im Streit ist das übergeschwappt. Ach so. Na gut. Du hast wie im echten Leben. Voll der Raser, ja. Das stimmt. Jo, du. Wegen mir. Nö. Na, das stimmt ja gar nicht. Nein. Das stimmt nicht. Warum darfst du eigentlich kein Motorradführer-Schem machen? Wie ich? Willst du nicht, ja, genau. Das ist mir allgemein zu gefährlich. Ja. So, war das die gute Antwort? Weil du schon lange keinen Lappen mehr hättest. Was? Ja, richtig. Und weil du mich auch schon lange nicht mehr hättest. Natürlich hätte ich einen Lappen. Was soll so ein Scheiß jetzt schon wieder? Wie viele Punkte hat er? Wie viele Punkte hast du schon? Ich? Ja. Oh, nicht ein. Null. Zero. So wie ich. Und du? Habe ich gar keinen. Ich bin wirklich mal gespannt. BMW hat. Ich schätze mal so drei bis vier. Oh, BMW wird der ein oder anderen haben. Das sagt ja alleine schon das Auto. Aber, ach so. Ja, klar. Na, wie viel hast du? Erzähl mal. Ja, zwei Punkte. Das geht ja noch. Das ist ja fast gar nichts. Oh, da hat er recht. Gut, dass du aufpasst, HSV-Flo. Hat er die wieder aufgelassen? Oh ja, Tatsache. Oh, also. Ja, er lernt noch. Was ist denn nur, wenn er ist? Weißt du, das ist mir so unangenehm spiel. Da muss HSV-Flo mich dran erinnern hier. Dass ich bei der Saat gut mal die Plane ausmache. Äh, ausmache. Zumache. Du hast ja alles aufgelassen. Ja, hast du nicht, oder? Das regnet. Das regnet doch. Das regnet. Du musst aber zumachen, wenn du was rausholst. Meine Nerven. Ich hau ab. Mann, Mann. Ich hau ab. Die blöden Knechte. Ja, das stimmt. Aber dafür hatte ich auch einen Mindestlohn. Das ist ja. Ja. Da mache ich jetzt hier oben auf Feld. Was war das? Eins. Da habe ich Mais auch, ne? Ja, wie besprochen, ne? No. Das machen wir. Ist HSV-Flo auch so ein alter Landwirt als Simulator? Ja, mal kurz, aber das war nicht von Dauer. Ne. Wir haben mal kurz auf Playsy damals so ein bisschen, aber... Er hat er schnell im Sack gehauen, das war auch nichts für ihn, sondern das war früher aufstehen, späte Bäder und ordentlich Knechten bei mir. Das hat ihm nicht so gefallen. Ah, Entschuldigung. Ja, das ist natürlich... Ja, da muss man auch mal... Da kriegt man auch mal einen Punkt. Innerorts 85 mit Anhänger wurde geblitzt. Innerorts 85... Das ist natürlich... Ah, das ist sportlich. Das ist so. Wenn das einer kann, dann eh. Na ja, hast man mit, ne? Mein Gott. Das ist ja nur nicht alltäglich, Dennis. Kann man das auch mal verstehen. Da kann auch mal geblitzt werden, ne? Hast du ja gut gegrubbert hier zum Schluss. Ja. Hui. Danke. Ja, du. Gerne. Wegen mir. Ich weiß nicht. Suchst du immer nur die Fehler bei anderen Leuten? Nein. Macht dir das Spaß? Entschuldigung. Ja. Oh, Scheiße. Das ist hier. Fahren und zwischendurch was trinken, das klappt nicht. Ich muss hier meinen. Mein, mein. Wie heißt das? Ja, man weiß schon, was ich meine, ne? Ja. Ah. Ja. Oh. Zwei Punkte, ein Monat und 224 Euro. Oh. Alter. Ah. Ja. Ja, das passt. Das war's. Was ist die war? Die Trecke hatten keine Waffen. Nee, das stimmt. Das war nicht so seins. Ah, Flo, oder? Ja, ja, das war nicht so. Na, kurz mal ein bisschen mit mir rumgeeiert und dann war gut. Das wäre was, das wäre eine nette, eine nette kleine Idee, dass man hier jetzt auch Raubüberfälle machen könnte und einen Träger klauen und... Weiß ich nicht. Was weißt du nicht? Ich weiß das aber. Warum kommt schon sowas wieder von dir? Ähm, wegen HSV-Flo ist kein guter Umgang für mich. Ach so. Nee, gut, das stimmt. Oh, oh. BMW, wie geht's zur Familie? Erzähl dir mal was. Alles gut, so weit. Ui, zu weit. Hoppala, zurück. Senken, anmachen, losfahren. So haben wir das gelernt. Hat er den Follow schon angezeigt bei dir? Nee. Ja, gut. Aber dann lieber doppelte Strafe als... Als... Ähm... Als den Lappen abgeben zu müssen, ne? Finde ich. Da kann ich eher mit leben. Ja, die Punkte sind geblieben. Ja, das stimmt. Wie lange bleiben die eigentlich? Stand da was drin in dem Brief? Wie lange hast du die jetzt? Zwei Jahre nur noch? Oder wie lange ist das? Weiß das gar nicht mehr. Aber noch nie einen Punkt gehabt, glaube ich. Aha. Super. Ja, das ist gut. Aber hier steht auch immer noch Hugo Stieglitz. Aber ich hab dir schon einen neuen Follow gegeben. Na, das ist der alte Name. Und keinen neuen Dings da. Ja, das ist ja. Ja. dass du da bist. Wie geht's dir? Zwei Jahre ohne Blitzen fahren das Einfunk weg. Ah, okay. Das kannte ich noch gar nicht, die Regelung. Ja, alles gut, du. Alles gut. Danke der Nachfrage. Wie war denn euer Tag? War die Arbeiten, Schule, Ferien, Pause? Was geht ab bei euch? Wer bist du? Bitte? Sag, wie weit bist du? Oh, ich schätze mal noch ein halbes, dreiviertel Feld so. Ja. Und du? Ja, vielleicht. Oh, ein Viertel. Oh, na ja. Das ist wieder in Action jetzt, ne? Ja. Ich weiß gar nicht, mach mal sowas so. WMW, Bruder! Was geht? Dankeschön. WMW, der haut mich ja aber auch immer von den... Der haut ein Ding nach dem anderen raus. Ey, das hat er gemacht. Ey, okay. Ein Stufe 1 Abo verschenken. Also... Du hast ein krasser Vogel. Haha. Danke. Vielen, vielen Dank. Ja, das ist doch schön. Meine Kinder sind jetzt schon langsam in Richtung Badezimmer und Bett. Vielleicht kommt es auch gleich nochmal runter hier. Das ist immer für eine Überraschung gut. Das ist auch schön. Das ist schön. WMW, der muss sich aber den Alert nochmal ändern. Das geht ja gar nicht. Das war ja... Da war ja kein... Ich sag mal hier, kein Feuerwerk und nichts. Das ist genau, wir haben ein bisschen Stimmung hier. Super. Machen wir das so? Was machen wir so? Machen wir so? Achso, meinst du hier wegen Stimmung? So machen wir das, ne? Ja, aber ich finde ihn auch extrem geil, den John Cena. Das ist so dein, ne? Das ist hier... Oh, drei Pflänzer zu, Alter. Und die Party kann beginnen. Ja, abends Vater-Sohn-Zeit. Nein, finde ich auch cool. Deswegen streame ich auch immer nur jeden zweiten oder dritten Tag, dass abends nicht immer zu viel Zeit flöten geht, ne? Ist ja bei mir genauso. Da sind auch drei Kinder. Und... Da muss man eben Kompromisse eingehen, ne, Haldor? Kann ich immer jeden Abend streamen, ne? Nein, das ist so. Hat gar nicht. Das kennt man, ne? Aber das ist... Das ist genau richtig, so Amstatt. Das muss auch mal sein. Ein bisschen Schlangenlinie. Hat er ja schon was getrunken hier? Ja, Familie geht vor. Sehe ich genauso. Aber... Jetzt kommt das große Aber. Jeder Mann braucht auch mal Zeit für sich, finde ich. Oder? Wie findet ihr das? Muss ich da auch... Wenn das noch mal ein, zwei Stunden sind, das muss man sich einfach mal nehmen. Oder, Haldor? Ja, aber ich glaube, das machen beide, ne? Also ich finde, ich glaube, die Frauen... Die Frauen ja auch irgendwann, ne? So jeder hat mal so... So seine ein, zwei Stunden... Vielen Dank für die Beds, M-Sef. Entschuldigung, Haldor, dass du dich unterbrochen hab. Kein Problem. Ja, kein Problem. Haldor, ich hab dich unterbrochen, Entschuldigung. Leck mich. Oh, wie jetzt wieder aggressiv, Alter. Was ist los? Zurück zum Thema. Man muss sich doch auch mal... Na? ...zwei Stunden für sich können. Oder, Haldor? Natürlich. Ja. Ist ja auch mein Reden. Aber ich glaube... Ich glaube, du hast recht mit dem Alert. Ich glaube, der ist ein Ticken zu lang. Ich glaube, ich kürze nochmal vier Sekunden oder so, oder? Ja. Was sagt ihr dazu? Unsere Police. Oder geht das? Geht das durch, Alter. Ja, siehst du? BMW. Hast du dein Ziel erreicht, Blatt? Ja. Hab ich. Oh, Gewitter. Ja, ich... Ich arbeite nicht bei Gewitter. Hallo, hallo, hallo. Du musst. Wir sind ja nicht in das Schlechtwetterkassel. Mein nächstes Ziel. Du. Ja, immer weiter lang, ne? Ne, weiß ich noch nicht. Ich muss mir nochmal weiter was überlegen, was... Ein Ziel setzen, weißt du? Ein Gaming-Stuhl. Wo ist eigentlich mein... Mein Mod? Ja, er fehlt mir auch ein bisschen. Ja. Ja, er steht immer auf deiner Seite, ne? Ja, er ist gut. Mit dem kann man Spaß haben. Mit dem kann man Spaß haben. Ich komme hier gar nicht voran, irgendwie ist das... Vielleicht willst du mir ja ein bisschen helfen. Ich habe hier genug mit mir selber zu tun. Alles, glaube ich. Na. Ich werde vielleicht gleich nochmal kommen und ein bisschen Saat klauen. Ja, mach's dir planen aber wieder zu, ne? Ja, natürlich. Ich habe gar nicht geguckt, wie viel waren da überhaupt noch drin? Oh, weiß ich nicht, du. Kann ich dir nichts sagen. Also, ja. Halb voll ungefähr noch. Ja. Na gut. Na gut. Ich setze mir nochmal ein Ziel. Im nächsten Stream kannst du das sehen. Dann setze ich mir nochmal ein neues Ziel. Das ist schon... Aber... New Follower! Ich kann mich eigentlich nicht beschweren. M-SWF, vielen Dank für dein Follower. Moin, moin. M-SWF hat die Seiten gewechselt. Ja, M-SWF weiß, was gut ist. Ja, so geht das. Ja. Na ja. Aber guck mal, das hat er angezeigt, ne? Deins nicht. Vielen, vielen Dank. Das hat er nicht angezeigt. Komisch, ne? Aber wie gesagt, du stehst ja auch noch mit deinem alten Namen hier, ne? Ja. Ich mach das nachher nochmal, ne? Man hat auch Vorteile, wenn man zusammen streamt, ne? Jo. Und Abfahrt. Du bist immer für alle da, M-SWF. Das find ich gut. Ich find das gut. Ne? Ich sag mal so, wenn sich die kleinen Streamer nicht gegenseitig unterstützen, dann haben die auch keine Chance mehr gegen die Großen. Ist so, ne? Ganz klar. Ja, gut. Gegen die Großen. Ich glaube, da ist eh der Zug abgefahren. Aber ich find trotzdem... Aber andersrum finde ich auch immer nur bei Leuten, die man auch wirklich, naja, selber heißt gut findet, aber mag oder sympathisch sind oder so, ne? Ja. Also so mach ich das. Ich verschenke auch gerne mal hier Follows und hierhin und dahin, aber das muss schon irgendwie passen, so. Ja. Ich hab mal eine Zeit lang extra nur kleine Kanäle gesucht. Nur echt Mull, Zuschauer, ein Zuschauer. Und dann auch immer Follow. Da kannst du auch sehen, dass du dich noch freuen, ne? Ja, ja, klar. Bei den Großen, sag ich immer wieder, bei den Großen, die hier sind, hier. Aber bei vielen geht das alles so unten durch, ne? Das ist alles so... Alter, was ist denn hier los? Mein Trink ist leer und ich kurbe hier weiter. Ja, morgen ist angekommen. BMW, danke. Ich glaube, ich nehm das mal raus. Ah, ist das laut, Alter. Warum? Das ist voll laut. Siehste. Ich quatsch nur und quatsch und fahr hier schon. Ja, ich hatte das auch gar nicht. Nee, der ohne, ohne Saat, Alter. Die eine Bahn hab ich hier durchgezogen und, ah, das ist manchmal... Boah, ist mal mit, ne? Beides geht nicht. Nee, du, sonst kommen wir wirklich nicht voran, das ist so. Was ich auch extrem geil fand, von dem Alex, den kannte ich ja vorher auch nicht. Alex Kuhn. Und der den Host gemacht hat, das hat viel gebracht. Das ist echt... Geil, geile Aktion von dem. Alex Kuhn. Kuhn. Ach, hab ich Kuhn gesagt? Kuhn. Ja, ja. Kuhn, genau, genau. Ja, das war auch gut, ne? Jo, du. Ich brauch mein erstes Mal. Ja, hab man mal, ne? Ja, du bitte. Ja, aber hat auch Spaß gemacht, ne? Viele sind ja auch geblieben und so, das war gut, ja. Bis nachts um, weiß ich nicht, was warst du, zwei oder? Oh, ja, kurz nach zwei noch, ne? Ich glaube, 20 nach zwei oder so. Hab aber auch gemerkt. Nensten Tag war ich wie geredert, Alter. Hättest du durchgesprochen. Ja. Ja, ist so, ne? Oh. Das ist so. Anhänger sind noch 30 Prozent. Ich mach meine jetzt gerade nochmal voll. Ja. Ja, ich werd auch, glaub ich. Ja. Vielleicht nochmal kommen. Ja, 28 noch. Oh. Das ist mir schwer. Das machst du immer, wenn einer cool ist. Ja, das ist doch schön. Ich find das auch cool. Ich find das echt cool. Also anhänger ist fast leer, wurde. 11 Prozent. Echt? Oh. Ja, ich hab ja noch. Ja. Sonst muss ich nachher nochmal was mischen. Ich hab ja noch ein paar. Ein paar Tanks stehen da ja noch. Denn, wenn ich die Koppel hier fertig hab, dann mische ich noch ein bisschen was. Und dann müssen wir die andere hier neben auch nochmal grubbern. Er würde uns beide hosten, aber er kann nur ein. Das ist immer... Du. Was? Das steht dir frei zur Verfügung. Der M-Step. Der würde uns beide hosten, weil er uns cool findet. Aber es geht ja immer nur ein. Ah, alles gut. Ist doch gar kein Problem. Mein Gott. Ach, Quatsch. Alles ist gut. Da kannst du dir... Ist egal, wen du nimmst. Du triffst immer den richtigen, sag ich mal. Ja, das ist vollkommen egal. Aber nett von dir. Würde ich auch machen, wenn ich sehe, dass du streamst und wir gerade aufhören. Würde ich uns auch machen. Natürlich. Aber lohnt sich auch nicht immer, ne? Ich hab immer nur zwei, drei, vier Zuschauer manchmal. Aber ist egal. Schau mal, kein Vieh macht auch ein bisschen, ne? Soll ja auch Spaß machen, ne? Ist ja nicht immer nur was weiß ich was. Mein Gott. Genau. So. Du kannst ruhig den Rest Saat aus dem Anhänger... Alter, was denn jetzt schon wieder los? Wieso? Wieso geht das nicht? Stopp. Stopp. Hat er die nicht angemacht? Hey! Was geht ab? Hm. Hm. So, nur aber. Na, war das los? Ging auf. Man muss... Man muss... Man muss... Man muss die Maschine, hat einen Kolben gefressen. Man muss sie kurz in die Werkstatt. Ach so. Ja, alles klar. BMW, moin. Hallo, na? Hallo, na? Schön, dass du wieder da bist. Aber... Ja, mir geht's gut. Und dir? Danke. Wer ist das? Oh, frag BMW mal bei Punkten. Wie hast du Punkte? Riewel wahrscheinlich. Der alte Sparfuchs bestimmt. Ja. 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 Ja, super. Also bei mir auch. Mir geht's auch gut. Alles klar, M-Serv. Danke dir. Dann bis später vielleicht nochmal. Und liest ne Geschichte vor. Vernünftig. Wie sich das gehört. Er hat nur... Sack Pfandflaschen hat er nur. Sonst sammelt er nichts. Ach so. Aber ist auch gut. Ja. Ich sag mal... Ich denke mal, bei den Bits wird BMW ganz lange Zeit vorne bleiben. Das glaube ich auch. Der verrückte Bengel. Aber Paul, erst mal ein Stück Kinder. Schokolade, oh. Ja, so ein Abo ist teuer, das stimmt. Umso ehrenwerter bist du. Also da gibt's nichts. Uiuiui. Uiuiui. Was ist passiert? Na, ich bin da so ein bisschen... ...im Wursch genagelt hier. Was genagelt gesagt. Ja, das stimmt. Ich wollte sagen, du kannst den Rest Saat ruhig nehmen, glaube ich. Das hast du schon gesagt. Ich muss noch... Hab ich schon? Erstmal ganz leer hier. Und dann... Ich glaube, der wird, wenn überhaupt, nur ein bisschen fehlen. Ich mag Country-Musik, ne? Hast du deine Cola noch kalt? Bitte? Was? Ja, genau. Ob du deine Cola noch kalt... Meine Fresse! Ja, Sam, ich hab sowas. Ja, hab ich. Schön. Nehmen wir erst mal CS gespielt jetzt. Oder wartest du auf mich? Nehmen wir auf mich. Oh. Choo choo choo. Entschuldigung Die fliegen die Raben Ob die auch hüpfen? Weiß ich nicht, meistens glaube ich fliegen die Ist ja lustig, wenn die hüpfen Ja Dann haben wir nachher wieder eine ganze Ecke voll zu dreschen Ja, herrlich Oh, mein Licht an hier Oh, herrlich Jetzt sieht man noch viel mehr Regen Wie lange hältst du noch Regen eigentlich an? Du Ich sag mal so, wird das in Flensburg nicht rechnen Leider nicht Leider nicht Oh, hier wächst schon was, guck mal Ich bin noch gar nicht fertig und hier wächst schon was Wie kann das denn irgendwie? Dann frag dich mal, wie das angehen kann, ja Doch, weiß ich nicht Ja, weiß ich auch Ich frag nur Stell dir die Frage mal Oh Das ist aber peinlich jetzt Was denn? Na jetzt dreh ich mich gerade um, guck nach vorne und bei mir wächst auch schon Mais Das ging nach hinten los Ja, frag dich mal warum Oh, nee Scheiße Ja, gut Ja, ist da so, ne? Ah, hast man mal Das dauert ja auch seine Zeit an Oh, jetzt muss ich hier Oh Na gut Da muss ich mich aber gleich mal sputen mit Das ist ja Ich muss ja auch noch Dünger rauf Eieieiei Eigentlich Ja Ah Was? Eigentlich ja Sollen wir zusammen Dünger machen? Ja, Ertragssteigerung, ne? Wir müssen ja hier ein bisschen Ja Aber ich weiß nicht Ein bisschen wirtschaften, ne? Eigentlich könnte Ich glaube, das langt meine Saat Das passt genau Hä? 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 Nee, das... Kannst du das Spiel... Kannst du das Spiel laufen lassen? Das... Nein Darum geht das nicht Das geht darum um Gewitter und Blitz draußen Meinten die Ja, weiß ich Und du möchtest es jetzt ausmachen? Ich möchte ausmachen? Nein, die wollten mich nur höflich drauf hinweisen Achso Naja, ich war bis das Ding durchknallt, dann habe ich eine Gruppe mehr neu zu kommen Du, ich bin ja auch versichert, ne? Ja, du wegen mir So Eigentlich fährt man ja nicht schon wieder aus Da wo das wächst, da fährt man eigentlich nicht wieder drauf, ne? Das musst du euch mal merken Hast du heute ein bisschen was lernen können, wa? Aber ich bin da nicht so Nee Das würde ich, ne Das würde ich im echten Leben auch so machen Also da würde ich nicht Kein hier draus machen Nein, du bist ja auch nicht gleichgültig, oder? Ich gehe mal zwei Meter rüber Mein Gott, und Oh, die Ecke will ich aber mithalten Wo ist beim BMW, wenn man ihn braucht? Hast du die Karabappe, ebay, Kleinanzeigen drin oder wo hast du die? Oder nur bei mobile Muss doch zu schaffen sein, dass wir mal seine Karre an den Mann kriegen oder was? Eigentlich ja. Mach mal ein bisschen Werbung hier, BMW. Na ja, eben. Immer wenn ich sabbel, verraspel ich mich. Das ist auch nicht so einfach alles auf einmal. Oh, oh, oh. Oh, hier ist auch gewidmet. Ja. Ja, auch bei uns, ne? Eigentlich macht man das, aber du machst das immer, ne, oder? Ja, doch. Eigentlich ist mir das auch egal. Na, weiß ich nicht. Warum? Nein. Nein, weil hier schon was wächst und ich will daneben weg haben hier, weißt du? Damit das weiter wachsen kann. Das verstehst du sicherlich. Natürlich. Oh, ich bin fertig, Bruder. Ich auch. Ich habe noch ungefähr drei Bahnen. Dann bin ich fertig. Der regnet heute aber gar nicht. Dann müssen wir noch mal düngen. Ja, klar. Ich muss gucken, was die Tiere gleich machen. Ich muss noch mal ein bisschen Abwechslung reinmachen. Ne? Ja, ich muss auch mein Fan wieder haben, das geht nicht. Ja, ja, weiß ja, wo der ist. Am Arsch. Ne, hier auf der Koppel. Für waschen, ne? Ne, ist noch etwas ziemlich matschig hier. Ja, ja, noch. So. Wo parke ich das Gerät hier? Er hat Basement hier alles wieder voll. Guckt euch das mal an. Das sieht aus hier. Ja, immer schön auf Basement schieben, wenn er nicht da ist. Ja, ja. Alles steht hier drin. Weiß ich nicht, da ist so. Meine Aufgabe bestimmt eigentlich auch nur auf Basement hinterherräumen. Ja, wir haben alle was davon. Geht, ne? Hier ist noch Tür auch beim Regen. Oh mein Gott, ne. Weh, 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 weh. Brummt ganz gut dein Fan, du. Wo bist du denn? Hier auf dem Feld. Ich hab mir gerade so demal zu nehmen, weil ich gerade den anderen Fan fahrt. Deswegen, wo in Lungers zuerst schon wiederum. Nein. So soll zu arbeiten. So. Was ist hier los bei den Schweigen? Du musst glaube ich mal... Oh, 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 oh. Aber du kannst bald schon mal... Ne, geht noch. So. Was haben wir hier denn noch alles machen? Das sieht aus. Na. Was meinst du denn? Na ja, unter der Halle, da ist ja alles hier... War bestimmt auch wieder ich. Ja, ich war's nie. Ne. Du warst es nie. Na ja, das... Kommt der Sache schon sehr nah. Was machen wir beiden Hübschen denn gleich? Ja, ich wollte jetzt eigentlich mal... Auf jeden Fall gleich... Was ist denn jetzt mit den Schweinen? Wollen wir die wieder verkaufen und jetzt auf... Hier... Was hast du denn vor? Biogast steigen, oder? Ich steig eh auf Biogast. Ja, ich. Ich. Ich denke, wir spielen zusammen, Alter. Ja, ich mein dir. Also ich... Ja, ich. Ja, ich weiß schon, wie du das meinst. Wir... Nein, aber du hast ja jetzt so viel Schweine gekauft, wenn du so viel Geld investieren. Und jetzt willst du das alles wieder zunichte machen, oder? Nein. Na ja, das ist natürlich auch viel Arbeit, ne? Mit deinem ganzen Schwein. Ah, und ich kaufe gleich noch mehr. Noch mehr. Ja. Kriegen wir das... Kriegen wir das bewirtschaftet? Na ja, ich weiß nicht. Meinst du nicht, die vermehren sich ja auch alleine. Das weißt du schon. Ja. Ja, und wenn du natürlich jetzt noch mehr kaufst und noch mehr kaufst und alles vollknallst, dann hast du natürlich sehr viele Schweine nachher. Ja. Verstehst du das? Das verstehe ich. Ja, also... Würde ich ja gar nicht so viele kaufen. Auch mir keine mehr. Nein. Nein. Keine Schweine mehr. Nein. Nein, keine Schweine mehr für Hals. Du hast schon Gartenzwerge und Hunde gekauft. Meinst du nicht, das langt langsam? Du, was da langt und was nicht, das entscheide ich immer noch ich. Gut. Ich dachte, wir können heute zumindest einmal vernünftig miteinander spielen. Ja, nein. Nein, nein, ist okay. Nein. So. Ach, da ist er wieder. BW. Hallo. Hier. Wo hast du denn dein Auto überall zum Verkauf stehen? Wenn man das mal fragen darf. Vielleicht kann ich das ja noch ein bisschen weiterleiten und teilen, wenn du möchtest. Was ist los, Bruder? Nur auf meinem Hof? Dein Hof? Ach so. Dann hast du nur auf deinem Hof ein Schild dran, oder? Guck mal, ist die Plane wieder ab. Meine Nähe. Das bringt natürlich aber auch nicht viel, ne? Teich, das kann ich... Brauchst du noch Saat? Ne. Kann ich den Anhänger mitnehmen? 21 Prozent, noch eine, zwei Bahnen, meinst du das? Ja, weiß ich auch nicht. Dann lasse ich den kurz hier stehen und hole aber mal die Schaufel und räume den Scheiß mal von dem Feld runter. Da hat ja hier mal was gekleckert. Aber... Irgendwie meinst du nicht, dass es ein bisschen lukrativer, wenn du das bei Kleinanzeigen oder bei Mobile reinstellst, noch? Warum hakt das so bei mir jetzt? Was ist hier los? Oh, hast du mal. Hatte ich vorhin auch. Echt? Ja. Habe ich die ganze Zeit nicht gehabt. Was soll die Scheiße denn? Der hat den Stream komplett gestoppt. Wegen dem Sound Alert. Na. Hat noch nie gehabt. Ja, die letzte Preise abfänden, die sind immer dabei. Ne, die hast du immer. Ja, gut. Aber vielleicht die anderen hier... ...Facebook und Co. vielleicht nochmal mit reinnehmen. Aber da musst du selber wissen, du bist ja alt genug. Das ist doch scheiße. Was denn? Ja, warum das hakt? 15 Prozent. Hier, du kannst eigentlich... Ich habe auch gleich was in der Schaufel. Soll ich dir das reinkippen? Ja, kannst du. Ne, ne. Ne, gut. Aber verkauft sich auch so, glaube ich, ne? Was gibst du denn? Bist du schon auf meinem Feld, oder? Ja, jetzt. Aber ich weiß nicht, warum ist das hakt ganz schön doll. Warum haken? Bei mir geht eigentlich noch. Das war wiederum gesaut. Na, ist nicht viel. Das sind elf Prozent hier an der Schaufel. Hundert, 111. Wo bist du denn? Soll ich die haben? Ja, komm her. Dann fahre ich dir über die ganze Saat hier. Nein. Ja, ausnahmsweise. Kannst du das machen. Oh, oje. Scheiße. Warum haken wir so? Das geht mit tierisch auf dem Sack jetzt. Alter, schwein. Da, komm her. Mach schon mal die Luke aus. Das ist so komisch. Oh, über die Saat. Ei, ei, ei. Das darf auch keiner sehen. Eigentlich nicht. Gut. Okay. Bitte. Hey, weißt du was? Höh? Hm? Mach dich vom Acker. Du bist ja total winzig. Das ist ein Brüller, Alter. Ich mach mal was gucken. Ich spume einmal kurz mal vorher. Was hab ich denn gemacht? Ach nee, das ist scheiße. Ah. Seid ihr bei DC? Was meinst du jetzt? Bei Discord? Nein. Bei Steam. Haldo hat noch kein Discord. Aber wir arbeiten da dran. Oh, jetzt hakt er bei mir auch wieder ein bisschen. Aber bei mir auch. Volle Pulle. Stehen, fährt weiter. Ja. Das hab ich noch nie gehabt. Also jetzt in den ganzen Streams und so. Gar nicht. Komisch. Jetzt fahr ich hier rechts am Rand und mach Päuschen. Hab ich mir auch verdient. Links. Ja, bei Steam sind wir. Aber Haldo will auch nochmal. Ah, uah, unver... Oh, du Scheiße. Hast du nicht gesehen. Kriegst die Tür nicht zu. Ein trägerlich auf der Seite. Ernsthaft? Wie kann das beim Sehen passieren? Ernsthaft. Ich bin rückwärts gefahren und hab nicht aufgepasst. Hab gelesen. War meine Schuld. Blöd. Ach. Oh Gott. Mal. Aber geht wieder. Ja. Oh, oh, oh. Wir sind ja hier zum Lachen, ne? Das ist ja auch nur Unkraut, was hier wächst. Das kann ja auch sein. Ja, ja, bestimmt. Guck mal, ich bin jetzt noch bei 10%. War gut, dass du... Gut, dass du den bisschen von der Schaukel reingekippt hast. Deine... Mein Anhänger macht die Planer auf und zu. Irgendwas stimmt ja nicht. B&W hast du jetzt mal CS schon gespielt. Mal was probiert? Ja, komm mal, der ist schmurz, Alter. Alter. Hast du mir grad zugehört? Ja, Planer geht auf und zu. Was ist da los? Ja, von alleine. Keine Ahnung. Oh, Karaspel. Weiß ich nicht. Wer macht auf, zu. Auf, zu. Irgendwas stimmt hier nicht. Oh, nein. Hast du gerade an. Ja, ist schon gut. Dann versuch mal. Mach mal hier... Spiel als erstes... Oh, na, wie nennt sich das noch? Hallo. Leg? Nee, Deathmatch. Ach so, Deathmatch. Ja, das soll das spielen. Zum Üben. Ja, das stimmt. Was hast du denn hier noch alles stehen, Alter? Saatwund steht hier auch noch. Och, Alter, du und Basement. Du hast hier alles. Das war ich nicht. Das war vorher schon. Meine Nähe. Ich weiß nicht, was das soll. Was bist du denn so sensibel? Naja, aber da steht ja immer alles rum. Und du verpisst dich immer. Alles bleibt hier stehen. Ja. Ja. Wie auf Arbeit, ne? Das ist dem ziemlich nahe, ja. Jetzt fahr ich erstmal rüber und hol mal die... Ach so, du brauchst nicht üben, meinst du, ne? Da steht üben. Er braucht nicht üben. Ja, gut. Er zieht die so alle ab. Er ist ein Gangster. Den Mann aus. Nächsten Stream machen wir das mal, ne? Oder? BMW. Nächsten Stream machen wir beide kurz... Kurz meine Runde zuerst, wa? Ja, üben. Ja, ich wusste schon, was du meinst. Alles gut. Weiß ich nicht. Oh, oh, hör auf! Du bist aber groß. Wo kommst du denn her? Mal, 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 mal. Weiß ich nicht. Da kriegst du aber schon Schreck, wenn du im Rückspiegel guckst. Ja. Aber dann sind wir auf die Straße fahren, sag mal. Wir sind doch Kollegen, warum redest du denn so? Ja, frei nach dem Motto kam gestern auch keiner. Weiß ich nicht. Ja, das weiß ich allerdings auch nicht. Mhm, 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 mhm. Was steht da an, ich geh jetzt einmal waschen, dein Trecker, und dann bin ich frei verfügbar. Ja. Ich mach hier, ich hol mal die ganzen Big Packs und räume mal deine Schweine-Standau. Und dringig? Ist das okay für dich, wenn ich das aufräume? Ja. Ja, kannst du, genau. Ja, hab ich mir gedacht. Da ist kein Platz mehr für die Maschine. Jetzt stellen wir die hier an die Seite. Warum macht der hier so eine Scheiße? Ist HSV-Flo noch da, oder? HSV-Flo hat hier, aber ich glaube, das hakt hier auch irgendwie alles. Hat er vorhin, ja. Irgendwas stimmt hier auch nicht mit diesem ganzen Gehakt gefunden. Hat er mir eine Nachricht da geschickt, seine, seine letzte, und da waren überall nur Doppelpunkte. Und jetzt hat er hier, jetzt hat er hier, ähm, na, jetzt sind da irgendeine Smilies. Aber die kamen jetzt erst. Vorher nicht. Irgendwie ist es komisch. Ja, weiß ich auch nicht. Da hat es auch was mit deinem Follow zu tun, ich weiß das nicht. Ja, klar. Kann sein. Das hört sich jetzt ein bisschen doof an, irgendwie. Nein. Nein, aber weil es alles hakt. Mein Follow habe ich ja am Anfang gemacht. Ja, Flo hat das auch ziemlich am Anfang gemacht, und das kommt jetzt erst. Und das von Amstaff hat gut funktioniert, aber alles andere hier irgendwie, keine Ahnung. So, kriege ich den da überhaupt ran hier? Ja. Können wir einmal die Plane abmachen. Was war das denn hier? Das war Saatgut. Dann machen wir das mal da rein. Dann räumen wir mal Basement sein Kram auf hier. So. Wo bist du denn jetzt drüben, oder? Ich bin jetzt bei dem Silo, ja. Ich habe jetzt hier deine, deine Big Packs hier mal. Ich räume auf. Ich räume auf. Gut. Das war schon mal das. Und dann wollte ich eigentlich gleich noch ein bisschen Saat noch machen. Saat machen? Wie machst man eigentlich Saat? Was hast du hier? Wie ging das nochmal? Schweinefutter hast du hier. Was hast du da drauf? Dünger. Ach so. Okay. Ja gut. Das passt. Da bist du ja. Hallo. Ja. Wie du Saat machst. Ja. Dann musst du hier hinten an die, an die Maschine. Wie schön abgedeckt. Kannst du da, naja jetzt nicht mehr. Wegen Regen halt natürlich, ne. Kannst du auf E, kannst du auch da einsteigen? Guck mal, ich habe hier sogar noch Saatgut. Ne, kann ich nicht. Minimal, ne, weil ich drin bin. Aber ich mache das erstmal leer. Okay. So haust du das schönen Anhänger, ja. Ja, ich würde gerne, aber irgendwie. Warum nicht? Läuft doch. Ja, aber er hört immer wieder auf. Hm, muss ich nicht. Auf jeden Fall nimmst du dir dann, ich mache immer erstmal zwei Stück hiervon rein. Zwei Stück wovon? Hiervon. Hallo. Basement. Musst du. Zwei Stück davon. Und dann kippe ich hier Weizen oben drauf. Kippe ich mir hier mal mit dem L-G. So gehst du so, Alter. Der brennt dein Deo oder was? Ey, stabil, Bruder. Body-Transformation. Ich war heute Pumpen, Alter. Ja, pass auf. Nimm ich mir zwei Stück davon. Meine Fresse. Nimm ich mir zwei Stück hiervon und dann kippe ich mir hiervon. Ja, geht aber aus dem Weg. Ja, geht du doch. Und dann kippe ich mir hiervon nochmal Weizen hin. Hallo. Ja. Und dann fülle ich das da rein. Da brauchst du nur mit der Gabel unter und dann läuft das auch alleine raus. Und dann hast du immer, wenn du hier hingehst, dann müsstest du jetzt eigentlich auch so eine Anzeige da haben, ne? Ja. Ja, genau. Und da oben in der Mitte von den Pfeilen, wenn das ein grün ist, dann ist das gut. Und dann kannst du das starten und dann verarbeitet er das. Also Motor starten. Ziemlich einfach, ja. Aber da ist ja noch was drin. Ich weiß nicht, warum. Irgendwas ist auch mit dem Anhänger hier. Auch von mit der Plane. Auf und zu. Das sah ja witzig aus. Oh, mein Bibi. Hallo. 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 Versuch noch mal, ob du was rüberkriegst jetzt hier. Moment. Ist doch komisch, warum? Was machst du da? Geht nicht. Geht nicht. Versteh ich nicht. Warte mal, ist das hier? Na warte, ich bin auch mal rausgefahren. Vielleicht ein bisschen weiter rüber. Aber wie gesagt, der hätte von auch, wo ich hier raufgefahren bin, die Plane auf und zu. Und keine Ahnung, warum man das alles gemacht hat. Aber der hat hier auch... Die weißen Pfeile sind ja außerhalb von dem Grün. Ist das richtig, Sir? Ja. Das ist ja schon fertig gemischt, was da drin ist. Ja. Uiuiui. Na egal. Versuch jetzt mal. Geht nicht, ne? Anschalten. Jetzt ist an. Motor stoppen, Abdeckung schließen. Mehr ist da nicht. Was ist das denn? Aber ich verstehe auch nicht. Warum man das nicht nimmt. Kann ihn aber auch nicht hin und her? Nee. Oder? Geht nicht. Geht gar nichts. Komm mal nach raus, bitte. Ich will mal gucken. Na ja, der hört immer wieder auf. Warum? Na, aber er hört wieder auf. Ja. Verstehe ich nicht. Keine Ahnung. Ich auch nicht. Weiß ich nicht. Dann lassen wir das mal kurz stehen so. So, was wolltest du jetzt noch? Ich wollte eigentlich nur den Big Pack da beiseite machen. Was ist das hier? Schweinefutter gewesen oder was? Ja, ne? Ja, ne? Das ist Big Food. Dann nehm ich den mit rüber. Ja. Oh, witzig. Hey, du Apfel. Stell das Ding da hin. War doch witzig, oder? So. Wie sieht das eigentlich auf den Feldern aus? Also, ich weiß, dass hier mein OBS und so, das hakt. Also, eins hast du Mais jetzt drauf, ne? Ja, danke fürs Gespräch. Ja, OBS hakt, ja. Das tut mir leid. Was soll ich denn jetzt machen? Oh, Mr. Affiliate. Ah, ja. Okay. Ah, so war das doch gar nicht. Ich weiß noch, wer früher immer rumgeheult hat. Oh, nein. Und, oh. Aber wenn ich hier meine Probleme offenbar, ja, pff. Und denn? Ich bin Affiliate. Also, nein. Ich krieg Abos. Was interessiert mich das? Wie kann ich dir denn helfen? Nix. Ich wollte es einfach nur loswerden, indem da nur 27 Minuten steht. Mehr wollte ich nicht. 27 Minuten? Ja. Deswegen sage ich ja, das hakt hier. Das ist keine Ahnung. Egal. Weiter. Ich gucke mir das einmal. Ich gucke mal bei Halbjörn rein. Ich möchte hier einmal gucken, was hier ist. So. Jetzt nehme ich das hier hin. Das läuft doch wunderbar. Du hast jetzt den Big Pack an deinem Stream. Ja. Das stimmt. Jetzt läuft das auch. Aber was er mir anzeigt. Es ruggelt jetzt auch nicht mehr. Dann hat das geruggelt wie Sau. Aber was er mir unten ist, Statistiken anzeigten. Alles Mögliche. Das ist ja egal. Da ist gelb, oder was? War? Nee, ist gut. Das ist Statistik. Ja, ist gut. Du bringst mich durcheinander hier. Oh, oh. Hallo? Hey, bist du noch da? Ja, ich. Das ist mit Steam ist das auch nicht richtig, ne? Kam gerade das Geräusch, als wenn du aufgelegt hast. Echt? Ja, kein Witz. Deswegen frag dich, ob du noch da bist. Ja, ja. Das ist alles sehr... Ja, nee. Sehr komisch. Dann nehme ich den wieder mit rüber. Für den Dünger. Wie geht's mein Schwein geht. Wie geht's mein Schwein? Schweine geht's gut. Gut, gut. Hey, hier geht doch nicht zu. Hey. Ja. Hey. Geht zu. Wieso geht denn die Tür jetzt nicht zu? Ja, geht doch. Ey, scheiße. So. Wo haben wir eigentlich... Was ist das hier denn noch? Ballen-Lager-Menü. Was ist das? Ah ja, okay. Gut. Ähm. Hm. Da haben wir... Hier ist noch jede Menge Platz für Schweine, ne? Das stimmt. So. Und hier können wir mal... Ab wann muss man den Mist wieder rausfahren hier? Jetzt kriege ich die Spanngurte nicht ab, Alter. Du bist auch ein Hornoxidon. Wer? Na du. Wieso? Ja, dann stellst du die olle Wechselbrücke. Ja, vom Lkw machst du die Spanngurte nicht ab. Hab ich gemacht, ne? Ja, die hat wohl einer heute Nacht rangemacht, heimlich. Na, das hast du immer wieder. Ich sag's ja. Ja, na schon. Ja, das ist ja ein Schweinloch aus. Hopp. So. Was haben wir denn hier? Wo muss ich denn... Wo kann ich denn sehen, was die Tiere brauchen? Kann ich das nicht auf die Kühe, ne? Nee, ich mein... Rosa Fergel. 100%. So. Reproduktionsrate. 36 Stunden. Nächstes Tier in 28 Stunden. Mist. Ah, okay. Okay, okay. Jo. Jo. Wir brauchen immer Wasser. Benötigen sie eine saubere Futterstelle, etwas Stroh. Füttern sie mit einer folgenden Futter. Beste Resultate erhältst du, wenn du Futter gibst. Schweine Futter, 100%. Aber die haben ja noch genug, ne? Mist ist auch nicht so viel, glaube ich. Das Stroh hier. Jetzt kann man nicht sehen, wie viel Essen die noch haben und fressen, ne? Doch. Nur in den Futterkrügen hier. Ja, kannst du das sehen, im Menü. Ja. Im Menü, kann man das auch sehen? Ja, musst du erst Cape und dann da oben, wo die Kuh ist. Stallinformation. Achso, Stroh ist grün. Futter. Genau. Sojabohnen, Mais, Rüben. 100%. Achso. Bitte? Produktivität 100% ist alles. Ja. Ist doch super, ne? Und die Kühe? 87%. Was brauchen die denn? Mischration, Mischration. Gewickelt. Haben wir nicht. Haben wir nicht. Kriegen wir auch nicht wieder rein, ne? Diese Woche ist schwer. Ja. Super. Dann bin ich frei zur Verfügung. Was sollen wir machen? So. Deinen Traktor habe ich übrigens gewaschen, ne? Das ist nett von dir. Ja. Ich möchte jetzt, ich möchte jetzt mir ein... Ach, da ist er doch. Ja, vielleicht holst du da mal... Würdest du die Düngermaschine holen? Die Düngermaschine. Die ursprünglich auch hier stand, die du ja wieder drüben abgestellt hast. Ja, klar. Darf ich deinen Träger leihen? Hol ich die... Ah, willst du jetzt mit dem kleinen Düngerding mit dem Riesen... Ach, unrealistisch. Den ich vorhin hatte oder welchen willst du haben? Den du vorhin hattest? Ich möchte einen Düngerstreier haben. Der kleine rote, mit dem du Dünger gestreut hast. Ach, das Ding. Ja, nur wirklich. Das andere war eine Sehmaschine, Hase. Jo, alles gut. Die sind aber schwer hier. Dann komm mal ran. Ich positioniere mich schon mal an. Dann mache ich kurz Pause, bis du wieder da bist. Dann mache ich den Quatsch hier mal aus. Wo willst du denn jetzt schon wieder? Was? Ich hole die Düngermaschine jetzt. Achso, ich dachte, du hast den John Deere mitgenommen. Hast du gar nicht. Na, die kleine Maschine, John Deere mit dem großen Dreckel. John Deere, heute haben wir bald noch eine ganz große Krise vor uns, glaube ich. Ja? Ja, ich glaube, das ist Krise. Ja, hast du doch schon gesagt. Dann muss ich doch nicht... Oh. Hopp, hopp, hopp. Ja, da... Oh, das geht aber auch hier. Ich komme rüber mit dem Gerät. Ja, lass dir Zeit, ich habe gerade Raucherpause. Du hast gerade Raucherpause? Ja, ich... Ich kann nicht mehr. Ich muss mal gucken, ob wir irgendwas finden hier wegen... wegen Düngerherstellung, aber... Mal schauen. Ist auch blöd und kauf, wenn man es. Oh, dann komm mal ran hier. Hopp. Mein Fehler. Passiert, ne? Ich will dir gar kein Vorwurf machen. Ja, gut. Mach ich den hier wieder Raucher. Welche soll ich... Wo sollen wir zuerst? Maisfeld, oder? Ja, dachte ich, ne? Oder? Das war die 1, ne? Ja. Ja, ist gut. Dann fang ich da an. So, ich guck mal oben bei der... Das sieht schon wieder aus. Hast du denn schon wieder für Probleme? Hey. Wo sieht das schon wieder aus? Ne, alles steht hier rum. Ja, ich guck mal gleich oben, ob wir da an diese Maschine ran könnten für Schweine vor der Herstellung. Weil er ja neulich sagte, das geht nicht. Ja, oben beim Schweineplatz, wie meinst du? Ja, ja, genau. Das ist die 2. 1 ist denn... Wo will ich denn hin? Da wollte ich ja. Wo will ich denn jetzt hin? 1 ist eine, weil der Bruder... Also, hinten lang fahren, aber das ist mir nicht schlimm. Ja, okay. Dann mache ich das. Mal ein bisschen schneller hier. Aber da hinten... Schade, dass ich auch keine Rehe und so laufen, ne? Das würde noch gut reinpassen. Ja. So. Wenn die ich so. Diese Aktion kann im Moment nicht durchgeführt werden. Komisch, ne? Fehlt uns da für irgendein Mod denn, oder? Ne, eigentlich auch nicht. Kann ich dir nicht sagen. Weiß ich nicht. Tü, tü, tü. Tü, tü, tü. Ich gehe mal zum Hof. Dann werde ich mir noch mal ein paar Kühe kaufen. Ist das Absicht, dass du... Hast du jetzt hier unten echt was freigelassen, oder ist das noch nicht gewachsen? Dann ist das vielleicht noch nicht gewachsen. Eigentlich ist alles gesät. Also. Tü, 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 tü. Denken. Anmachen. Start. Tü, tü, tü. Ui. Die Kapazität der Weide. Okay. Ich base mir da gleich wieder ein Herzenfass. Okay. Okay. Was war eigentlich, wartest du die Kühe? Ach nee, hattest du gar nicht, ne? Was denn? Mist. Ne, ich gucke gerade, ob die irgendwas brauchen. Aber da sieht ja alles gut aus. So, was machen denn die ganzen Felder hier überhaupt? Mal gucken. Eieiei. 16, 12, 17 gehört uns auch. Da ist Gras drauf. Ne, Gras ist da gar nicht drauf. Ach so. Ich grubber mal. Ich kann ja eigentlich mal die zwei grubbern, ne? Ja, da machen wir auch Mais, ne? Oder wie wollen wir? Ja, genau, genau. Für Biogas, ne? Ein bisschen für die Schweine. Ja, für die Schweine werden wir noch einen Riesenhaufen hier liegen. Ach so. Wenn du auf dem Hof fährst, da. Ich bin immer so vergesslich. Ja. Dafür bin ich da, Bruder. Danke. Ehren, Bruder. Wolltest du nicht noch was machen in meinem Stream? Ja, ist noch nicht so weit. Ist noch nicht so weit. Naja, ich hab geguckt. Ist ja nicht schlimm. Ähm, ich warte da nicht drauf. Nein, ich weiß. Ah! Gut, dann komme ich da einmal schnell hochgeorgelt und komme da mal. Oh, auf dem Maisfeld? Ja, genau. Irgendwie spinnt mein OBS. Ich weiß nicht. Komisch. Ach, gehen wir mal so toll? Nö, das geht jetzt. Aber du lief auch mal kurz die Zeit, dann wieder nicht. Merkwürdig. Ich krieg da gar nichts mit. Merkwürdig. Dann grubbern wir mal her. Ich brauche mehr Licht am Trecker, ich sehe gar nichts. Nee. Es ist dunkel wie im... Wie in der Gasse. Wohl kann was anderes sein. Das verkneife ich mir. Das ist vielleicht besser. Hö. Wo ist er denn? Äh, 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 nicht. Natürlich. Reparieren. Hast du ganz schön runtergerockt, mein Fan, wa? Das... Ich hab den gewaschen. Schrauben, Schlüssel, Zeichen, ist schon auf dunkle Orange. Wirklich? Ja, wirklich reparieren für 2.910 Euro. Danke. Also, das war... Nee, ist Schluss. In Zukunft benutzt du dein. Ja, okay. Wusstest du gar nicht, dass sowas passiert, wenn ich mehr deinen Fabi mal... Ja, genau. Ja, genau. Bruder, ich sehe gar nichts mehr, Alter. So dunkel ist das hier. Mal hier. Mal hier mehr. Ach, hier sehe ich mehr, ja, aber... Wo bin ich denn jetzt hier? Da bin ich. Machst du alles im Griff, ja. Ja, doch, du. Ich sehe bloß nichts mehr. Das ist schreck. Vielleicht die Grafikprobleme hat er gerade. Oh. Aber sonst geht's. Nee, gut. Also, wenn ich hochgucke, da sind aber dunkle Wolken, ne? Aber das ist ja schon den ganzen Tag hier am Regnen, ne? Das ist echt lange. Ja. Na gut. Ist schon. Was will denn der X-Halter im Stream machen? Was? Ja, was willst du im Stream machen? Was willst du von mir? Weiß ich nicht. Das hat BMW gefragt. War nicht so unhöflich. Ja, ich dachte, das kommt von dir. Ich bin nicht unhöflich zur BMW. Nein. Was will X-Halter im Stream machen? Ja. Genau. Was meint er? Ja. Was will er? Was genau meinst du BMW? In welchem Stream jetzt? Ach so. Ah ja, jetzt weiß ich, was er meint. Bestimmt, weil du gerade ihm fragtest, du wolltest doch noch was im Stream machen. Ach so, das kann natürlich sein. Jetzt, ja, ja. Das meint er bestimmt. Ja. Dann sag ihm das doch. Wieso ich? Du bist doch damit angefangen. Ich hab auch keine Zeit. Ich muss mich konzentrieren. Ähm, es geht ja drum. Wir hatten neulich bei der Arbeit darüber gesprochen, dass sein Abo abläuft. Und er würde das doch... Ich wollte mein Abo verlängern bei ihm. Er möchte sein Abo sehr gerne verlängern. Weil er so ein guter Streamer ist und ich so viel Freude und Spaß immer mit ihm hab. Genau. Und für mich kann er... War das richtig so gesagt, ja? Das war genau richtig so, ja. So hattest du das auch aufgeschrieben. Junge, habt ihr schon Alzheimer? Blöd. Ja, weiß ich nicht. Wenn man das erst eine halbe Stunde später fragt, dann kann man schon mal drüber nachdenken, was er wohl meint. Ja. Da hast du aber auch recht. Basement. Na. Aber ich hab auch ein bisschen Alzheimer. Das stimmt schon. Also schon ein bisschen dabei ist er... Also, da will ich mich nicht von frei sprechen. So, dann fahren wir hier lang. Wie sieht das denn im Stream? Eigentlich sieht das noch ganz gut aus. So, fahren wir oben nochmal lang. Haben wir kein Fernlicht hier? Warum? Dann wollen wir oben nochmal lang. Die Ecke nochmal mitnehmen. Eier. Oh. Ich bin vom Kurs ab. Ja, dann machen wir hier noch Mais drauf. Richtig? Richtig. Richtig. Die Biogasanlage haben wir schon gekauft. Und dann wäre das auch mal Zeit, dass hier langsam mal Geld reinkommt, ne? Ja. Richtig. Das wird ja nur aus dem Fenster gefeuert quasi. Ja. Das stimmt. Neuer Fan, noch einen neuen Fan, Gerätschaften, das geht nicht. Aber ich sag mal so, ohne Gerätschaften kannst du auch nichts einnehmen. Nein, aber das ist vielleicht der Punkt, um was einzunehmen. So, der erste Feld ist gedüngt, das Maisfeld. Der erste Feld, gut. Das erste Feld, hab ich gesagt. Ja. Okay. Hey, wollen wir Pferde kaufen? Alter, hör mal auf jetzt. Übernimmst du dich da ein bisschen? Hast du eigentlich mal nach deinen Hühnern geguckt und ob deine Hunde noch Futter haben und so? Ja, ja, hab ich. Ich guck jetzt mal. Wo sind die Hühner überhaupt? Hm? Wo sind die Hühner überhaupt? Im Stall vermutlich. Alter, auf dem Hof. Was ist los? Ja, ja. Ich weiß nicht. Oh, hier sind Schweine. Ja. Mehr als genug. Willst du nicht noch deine Koppel dahinten auch düngen oder die nicht mehr? Nö, jetzt nicht. Ich muss erst mal nach meinen Hühnern gucken. Ach so, du wartest lieber, bis das ganz... Ah, alles klar. Oh, hallo Baby. So. Wo sind denn meine Hühner? Was sind das für Pferde boxen? Hühner, ey, brauchen wir nicht. Oh, guck. Ich lass die Tür auch. Ägert Halter sich wieder. Ähm. Ich hab vergessen, wo die Hühner sind. Egal. Das tut blöd. Muss auch mal nach meine Schweine gucken. Haben die eigentlich schon kleine Ferkelchen? Nee, ne? Haben wir doch gar nicht, ne? Weiß ich nicht. Ich war da noch nicht da heute. Nee, haben wir noch nicht. Noch keinen kleinen Ferkelchen. Das ist doof. Wir haben noch alles. Ja, ja. Das ist schön. Und dem Schwein geht's gut. Super. Wir haben alles. Guck ich mal nach meinem Hund. Ey, Fifi. Läuft im Stroh. Blöde Vieh. So, was hat er denn? Oh, nee, wir wollen keinen kaufen. Bruder. Hallo, mach mich fertig. Oh, ist mein Hund auch hier mit drauf? Auf Escape? Ja, ne? Produktivität 100%. Hundefutter 99 Liter. Ist im roten Bereich. Haben deine Hühner überhaupt irgendwas? Geh mal auf die Hühner. Hühnerstall da. Huhn. Produktivität 0. Hühner brauchen eine saubere Futterstelle. Ah. So kümmerst du dich um seine Tiere. So kümmerst du dich um seine Tiere. Wenn du in das effektivste Futterstelle. Weizen, Gerste, Roggen, Mais. Ja, Nahrung. Weizen. Gerste. Haben wir noch irgendwo was? Weizen, Gerste, irgendwas rumliegen? Weizen habe ich auf dem Anhänger drüben. Hier oder vom LKW. Wo ist er beim Silo oder was? Nee, musst du den LKW schnappen und diese andere Wechselbritze davon nehmen. Da, wo der LKW immer steht. Da musst du mit dem LKW hinfahren. Da steht da noch eine Wechselbritze, da ist Plane drauf. Und da ist Weizen drauf. Aber jetzt kippt er nicht wieder einen halben LKW aus. Ich sehe das schon kommen. Ja. Ist schief beladen, dein LKW. Ja, wer hat denn den beladen? Ich, nee. Oh, herrlich. Geht, ja. Was denn? Ich sag, geht. Ja, ja, ich muss nur mal den Anhänger abkoppeln irgendwie. Warte mal. Warte mal. Ich fange bitte. Ankoppeln. Ankoppeln. Wieso, wie geht er denn auf den Anhänger? Auf G, ne? Mh. Aber du hast ja mehrere Sachen. Kann auch sein, dass er die andere Wechselbritze da. Ich würde jetzt erstmal Q drücken und dann würde ich den erstmal wieder aufnehmen, den Anhänger abmachen und dann. So. Oh, Container auffüllen? Nein. Hm? Hm? Haben wir nicht auch. Was solltest du haben? Gerste auch? Ja. Ja, Gerste haben wir auch im Silo. Sonst musst du dir mal eine Frontlader Schaufel von holen. Kannst du einen Frontlader reinmachen, dann hast du nicht ganz so viel. Boah, das ist einfacher. Ja, ich sehe das. Das wäre ja auch nichts heute noch. Nö, das ist ja nichts für mich. Nö. Wenn, wenn, wenn. Im Silo haben wir das? Ja. In welchem denn? Meine März. Ja, da wo du stehst. Da, wo wir das nochmal reinkippen. Du musst langsam mal ein bisschen auf Zack werden jetzt. Na. Kriegt man einfach so eine Schaufel voll raus, oder? Ja, du musst unter das, unter den... Unter das Rohr? Ja. Bist du da gleich irgendwo anzeigst. Ey! Ui, ey! Bist du da gleich irgendwo anzeigst, Befüllung starten. Und dann drückst du auf R, glaube ich war das. Und dann kannst du dir aussuchen, was du nimmst. Oder geht das auch nicht mehr? Befüllung starten, doch. Und dann... Gerätwahl, G. Befüllung starten, R. Ach da, Weizen. Was wollte ich haben? Gerste, ne? Weizen oder Gerste, sagtest du vorhin, ne? Ja. Super. Bbbbb. Das hat funktioniert. Und Siki, moin. Wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Du bist schuld? Ich bin schuld? Weswegen? Was bin ich schuld? Ich bin schuld, ja. Die hacken aber viel auf die Rumle, so, ne? Ja. Da haben sie Spaß dran. Das finden die alle toll. Siki. Du bist schuld. Ich bin schuld, ja. Ja, dann bin ich eben schuld. Ich hab echt Alzheimer. Ich hab vergessen, wo meine Hühner sind. Ne, de, 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 de. Ich guck mal. Waren die hier? Waren die hier, glaub ich, ne? Ist das echt dein Ernst, Alter? Ja. Boah, hier sind die nicht. Ich hab echt vergessen, wo die sind, oder? Da fahr ich mal eine Runde und guck, wo die sind. Boah, ich fahr... Ach, hier, beim Gülle bin ich. Da sind die nicht. Da kannst du mal wieder rausfahren. Boah, Siki. Woran bin ich schuld? Jetzt sag das doch endlich mal. Wenn mich das interessiert. Ah, geil. Ja. Er sollte das auch nur mit mir spielen. Da kann ich ja nur nichts spielen. BMW ist am Ausrasten. Das ist ja gar nicht so. Blöd. Ja, das ist mal so, ne? Ah, hast du mal mit. Kann ich mir über BMW gar nicht vorstellen. Echt? Ja. Ja. So. Und leider Hühner. So, hör mal. Woher kann ich den Mist dann hinkippen? Ah, nee. Kann ich das auf diesem Futterspender, oder kann ich mit dem Frontlader reinfahren? Weißt du, gar nicht. Passt das? Ne, passt wahrscheinlich nicht, ne? Ne, das wird nix. Das gibt auch hier, warte mal. Dann müsste ich das ja wahrscheinlich mit dem Kleinen reinfahren, ne? Ne, ne. Pass mal. Du hast hier auch, wo war das denn jetzt? Ne, hier. Was denn? Hier ist falsch. Du kriegst auch hier Schubkarre und so. Wo ist denn das hin? Hier, LS, hier, Ausrüstung. Kriegst du eine Schubkarre? Schubkarre? Ja, und wenn du dir dann so ein bisschen was da hinkippst, bin ich der Meinung, kommt da von alleine auch eine Schaufel. Und die ist auch für Weizen und Geister. Also kannst du dir was hinkippen, er macht die voll und dann, glaube ich, könntest du da reinfahren. Da war die bei? Na, hier. Und da musst du auf das Anhänger-Symbol oben gehen. Ja. IP ist das, ne? Anhänger, ja. Und dann ist das bei? Warte, wo bist du denn schon hier? Du musst auf P gehen. Bestimmt gar nicht. Achso, hier. Also, ho. Bestimmt gar nicht, ich bin die Ruhe in Person. Ja. Irgendwie, weißt du was. So. Also ich kann mir das auch nicht vorstellen. Beim Händler abholbereit. Wer holt die jetzt vom Händler ab? Du? Nee. Du kannst du die auf den Hof bringen lassen. Du bist so unflexibel. Wie denn? Ja, indem du... Alter, das habe ich dir auch schon zehnmal erzählt. Hast du echt als Heimer langsam? Hast du mir nicht erklärt. Das habe ich dir schon ein paar Mal erzählt. Dann gehst du auf Escape und dann gehst du dahin, wo der Trecker ist, wo der Händler ist. Ja. Alter, das ist so. Trecker? Ja. Garage? Nein, was Garage? Alter, du sollst... Ja, und denn? Boah, der macht mich echt fertig. Ja, jetzt erzähl doch endlich mal. Ja, hab ich dir doch schon zehnmal erzählt. Man Escape und dann... Ja. ...auf der Karte. Und dann? Alter. Wo der Trecker ist. Wo der Lampenmaschinenhändler ist. Und da ist jetzt ein blauer Punkt. Und da klickst du drauf. Das müsste deine Schubkarre sein. Und dann drückst du auf Zurücksetzen. Und dann ist die auf dem Hof. Zurücksetzen. Karte verschieben. Karte zoomen. Du musst auf den blauen Punkt drücken. Ja. Okay. Das geht doch ganz einfach. Wieso sagst du das denn nicht? So, jetzt muss ich sie nur noch auf dem Hof finden. Sie steht vor deinem Hühnerstall. Auf dem Platz. Ah, hier steht sie. Ich kann mir das auch nicht vorstellen. Echt nicht. Also, wenn einer ruhig ist, dann bist du das. Ja, aber vielleicht verstehen die jetzt mal, warum wir ab und zu auch mal auf den Schreibtisch gehauen haben. Deswegen spielen wir Landwirtschaftssimulator. Das beruhigt. Stimmt geil. Ich bin die hohe Person. Ah, das ist geil. Und klappt das, oder? Warte mal. Ich habe die Schubkarre da und dabei. Ja, normalerweise glaube ich. Ich habe das mal gesehen. Du kannst sie auch jetzt aus der Frontlader Schaufel das Zeug einfach nur auskippen. Und denn normalerweise ist das auch, wenn du den Stall ausmisten willst mit der Schubkarre, kommt die Schaufel automatisch davor und macht das da rein. Ah, automatisches Auffüllen, okay. Jetzt bewegt sich hier eine Schaufel. Ja, genau. So hatte ich das gedacht. Aber jetzt verstehen die Leute, warum wir auch ab und zu mal ausrasten, glaube ich. Na ja, natürlich. Also Futter haben die jetzt hier. Ohne Ende. Oh, oh, oh. Wo will ich denn? Ja. Und die jetzt hier mal, die jetzt hier mal Eier gelegt haben. Sind da schon welche? Ne. Immer noch nicht? Rutschrank anschalten. So langsam. Diese Aktion kann man nicht durchgeführt werden. Wieso, ne? Aber wenn das, liegt das vielleicht auch langsam daran, weil da noch nichts drin ist? Vielleicht müssen wir mal rüben oder irgendwas, was da hinten rein soll. Na, oder was müssen wir denn machen für Schweine? Sonst bleibst du ja nur bei 1000 Sachen hier. Rutschrank. Eier zum Ausbrüten, null. Naja, hast du ja. Ne, hast du ja auch keine noch nicht drin. Ich schätze mal, die wärst du aus dem... Äh, naja, da wo sie die Eier reinlegen, da, weißt du? Aus dem Stroh da. Ich schätze mal, da wärst du die selber rausnehmen müssen und da reinlegen müssen. Ach so, ja. Vermute ich mal. Okay. So ist das ja. Normalerweise. Und dann... Es geht mir hier echt mit dem Regen so langsam auf den Sack. Okay. Oder? Was sagst du? Was, Sven? Ich sag, so langsam geht mir das. Ich hab die Zeit einmal kurz schneller gemacht. Das geht mir echt auf den Sack mit dem Regen. Der Regen? Ja, so langsam nervt das, ne? Ich find das ganz schön. Ach, jetzt auf einmal? Ach so, okay. Gut. Ui. Ja, stimmt. Ui. Ist das ein Fortnite? Nee. Ah, ist das süß. Der ist verrückt. Ich kümmere mich um meine Hühner. Oh. Ich glaube, der Regen hat auf. Aber eigentlich kann das ja auch. Wie kann sowas passieren? So, was muss hier rein? Da muss ja bestimmt noch Stroh rein, ne? Mietkosten, Fahrzeuge, 7.730 Euro. Sag mal, was ist denn hier gemietet alles? Garage. Gemietete Fahrzeuge. Ach, der Fendt ist auch gemietet. Den hab ich noch gar nicht gekauft. Ach nee, ich wollte nur austesten. Donnerwetter. Das ist aber auch teuer. Ja, schau. Haben wir irgendwo Stroh auf dem Hof? Nein. Wo muss Stroh rein? Hier bei den Hühnern noch was. Stroh? Ja, ich glaube in diese Boxen da. Ja, aber die Hühner... Die zu Boxen? Da ist doch was drin, oder? Nee. Hühner, Hahn, Huhn, Mist, Eier, Wasser und Hobelspäne. Hobelspäne? Hobelspäne. Wo kriegen wir... Oder ja, das fragt mich jetzt nicht. Also ich konnte ja schon viel sagen. Aber das... Kann ich dir nicht sagen. Echt nicht? Mhm. Der Hobelspäne? Das muss ja irgendwas hier... Was gibt's denn hier auf der Karte? Das wird ja irgendwas mit der... Äh, was ist denn das hier? Böttcherei. Böttcherei. Glas... Ach, ich hab Glashandel. Das war ein Gashandel. Gartenzentrum. Metzgerei. Gartenzentrum? Ich hab keine Ahnung. Das kriegen... Hobelspäne war das, ne? Ja, Hobelspäne ist hier noch irgendwo ne... Ne Schreinerei ist hier auch. Vermutlich... Wär ja vielleicht sinnvoll, wenn man das bei der Schreinerei kaufen könnte. Ja. Oder? Guck mal hier auf der Karte unten. Siehst du, das ist... Wenn du auf die Karte guckst, rechts von unserem Hof, wo dieser kleine Fluss ist da unten. Da hast du ein Sägeblatt abgebildet. Das ist Schreinerei. Oh, ne. Schatz, mach einfach aus. Tu mir den Gefallen. Oh, das ist süß. Das ist eine echte Ehe. Das ist Liebe. Da musst du durch. Trusiki. Trusiki heißt übrigens Schlüpfer. Was, Schlüpfer? Ja, witzig, ne? No. Ja, da musst du durch jetzt. Das war jetzt ein Spiel für ruhige Gemüter. Aber kann man das nicht auch kaufen, du? Ja, hab ich... Alter, was hab ich dir denn gerade... Ja, du bist so leise. Hör auf. Hast du die Pelletschnitzel... Hast du die gekauft oder nicht? Pelletschnitzel? Was für Pelletschnitzel? Das ist dann eine Hobelspäne. Ja, mein ich doch. Alter, das ist schwer. Bist du besoffen oder so? Hobelspäne. Ich hab nichts gekauft. Ich habe dir gerade gesagt, da ist eine Schreinerei. Und vielleicht kann man die da kaufen. Ja, aber so im Menü kann man die nicht kaufen, oder was? Alter, dann musst du da vielleicht mal auf P gehen. Dann musst du mal gucken. Ich gucke euch mal. Und da... Hier, ein Streu. Diverse ist nichts. Und da... Was haben wir hier noch? Big Packs, Ballen, Tierbedarf. Milchpulver, Hühnerfutter, Geschreitetro... Geschreitetro... Hier ist Span. Tier, Tier, ein Streu. Tier, ein Streu, ein Anzug von Hühnern und Pferden. Siehst du? Bei der Aufzucht. Ich hab das... Ja, ist doch gut. Ich hab das... Ich hab das gerade... Ja, ist gut. Ja, ist das Scheiß Streu doch nicht auch beim Händler gelandet, ne? Händler. Lifter, nochmal Lifter. Hier, darf ich dich nochmal was fragen? Na, gerne doch. Du, wenn ich jetzt dieses Streu gekauft hab, wie krieg ich das denn jetzt auf dem Hof? Naja, vermutlich auf dem Anhänger oder so. Kann man sich das nicht dahin bestellen? Ich... Du, ich kann dir das... Ich hab noch nie Streu gekauft. Zeig dir das überhaupt an? Hast du das schon gekauft? Ja, einen Sack hab ich doch mal zum Probieren. Aber das zeigt er hier auch nicht an. Dann würde ich mir... Dann würde ich mir... Ich fahr mal... Oder hier, da ist doch... Du hast doch... Du hast doch diesen Ford Transit Bus in der Garage. Da kannst du die Tür noch machen. Dann schmeißt das da rein. Oder so, ja. Bist du schneller als mit dem Trecker? Ja, ich werd auch schneller geblitzt. Das ist... Stimmt. Ah, nee. Schatz, mach einfach aus. Tu mir den Gefahren. Ah, ist das witzig. Ich glaub, er hat seinen Spaß gerade. Wisst ihr, ich brauch nicht üben, Alter. Du, 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 du. Ja, CS kann einen wütend machen, ne? Ja. Teilweise ist er schon ganz schön, ne? Waaah! Der Elektroshocker, der gute Alte. Tja. Ja. Ja. Ui. Da liegt mein Tierstreif. Hopp. 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 So, haben wir es gleich geschafft hier. Go outside an. Ja. Das haben wir gleich geschafft. Groban. Angurt anbringen. Kann ich die Tür nicht hören? Ach so, einsteigen. Ja, wie ist das? Passt nicht rein. Das ist ganz schön groß. Nimm ihn auf quer. Auf längs. Dreh ihn. Abfahrt. Abfahrt. Was drin ist, Jo? Ja, so eben. War ein Kinderspiel. Okay. Diese Musik beruhigt mich. Das ist schön. Das ist wie bei CS. Ja. Oh, ich glaube, ich weiß, wer gerade zu Hause ausrastet. Prusiki. Prusiki rastet aus. Meinst du? Oh, ich glaube, er ist sehr, sehr technisch. Was das Verlieren angeht. Das kann gut sein. Da haben sie über uns gelacht, ne? Gewinnt ihr auch mal? Ja, ich kann mich an die Sprüche erinnern. Ja. Tja. Grüß dich. Hallo. Hallo. Was für ein familiärer, freundlicher Umgang. Ich finde das schön. Wir beide, ne? Ja. Das finde ich auch. Das ist immer sehr harmonisch mit uns. Das macht doch richtig Spaß mit dir. Habe ich dir das schon mal gesagt? Ja. Echt schön. Ja, doch. Mit dir, ja. Danke. Deine Worte bedeuten mir viel. So. Ich habe fertig. Ich habe gescheitert. Oh, meine Garten ist fähig. Vorsicht. Puh. Oh. Haben wir noch eigentlich irgendwo was zum Grubbern? Ne, ne? Ne, im Moment nicht. Wegstelle und... Ne. Gut. Warum bin ich eigentlich nur egal. Hoppala. Angst, dass meine Hühner rauslebt. Düngersteuer... Ach, man, warum kannst du das nicht wegpacken? Was ist denn jetzt schon wieder? Der Düngersteuer und schon der mitten auf dem Hof. Mitten auf dem Hof? Brennt dir die Mütze, Alter? Stand der da, oder was? Ja? Ich komme hier nicht raus. Meine Fresse. Ah, ich komme nicht raus. Scheidung. Leute. Scheidung. Ich mache auch gleich Scheidung, wenn ich hier nicht rauskomme. Na, hui. Ah, Scheidung. So schlimm wird das auch nicht sein, oder? Das ist ein schönes Spiel, ne? Ei, 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 ei. Aber ich kann das hier nicht auskappen, irgendwie. Obst du, bist du gerade am Hühnerstellen irgendwo? Äh, nee. Schade. Wird es mir helfen können, das Ding auszupacken, irgendwie. Weiß nicht, wie das... Welches Ding soll ich auspacken? Mein Streu. Ja. Ist die Mütze. So. Was ist da reinpacken? Ja, da wir fangen an BG-Wirre. Wir sind ein tolles Streu hier und kann damit nichts anfangen. Hui. So, nun ist das BG-Wirre sauber. Hm, schön. Weiß ich nicht. Was denn? Was? Ich sagte, nun ist mein BG-Wirre sauber. War ja vorher schon, ne? Aber jetzt ja nicht mehr. Oh, ich hab jetzt dieses Streu, das ist anscheinend nicht für die Hühner. Das ist auch... Ui. Oh. Wo kommst du denn her? Sag mal, bist du versichert? Komm raus. Komm her, mein Freund. Lass mal aber einen Oberschnitzer von dir. Ich glaub, dein Hund braucht einen Maulkorb. Was ist denn hier passiert? Ich glaub, du brauchst einen Maulkorb. Vorsicht. Entschuldigung. Sir. Warte mal ganz kurz. Was ist denn? Ich will einmal was gucken. Du machst mich wahnsinnig. Du weißt schon, dass deine Hobelspäne hier überall liegt und verteilt ist, ne? Bitte? Du hast das doch hier schon verteilt. Echt? Ah, ne, der schmeißt deine Scheiß einfach im Garten. Das liegt doch hier auf dem Fußboden. Achso, der hat mir gar nichts angezeigt. Ja, deswegen bin ich ja in das Tiermenü und dann bin ich auf... Wo sind sie denn? Huhn. Produktivität. Ah, jetzt sehe ich das. Aber die haben auch kein... Die haben auch kein... Weißt du eigentlich, dass deine Tiere hier kein Wasser haben? Ne. Ja. Jetzt kommst du. Wieso haben die kein Wasser? Ja, wollte ich kein Wasser. Ich denke, es geht automatisch. Ja, bei denen steht aber Wasser. Aber pass auf. Papa regelt das für dich. Ich hab da noch einen Anhänger in der Angebotswoche. Den hol ich dir. Ja. Ich bin ja so nett. Kein Problem. Aber du musst hier echt mal aufmachen. Jetzt haben die hier schon wieder auf. Guck mal, jetzt fühlen die sich auch wohl hier. Ja. Können die auch Eier legen. Und was muss hier noch rein in diese Fächer? Mal gucken. Das ist mir wahnsinnig. So. Dann wollen wir mal gucken. Wusstest du, dass hier noch eine Gabel steht bei den Hühnern? Eine Gabel? Ja, die ist von dem kleinen Radlader, den wir verkauft haben. Von dem grünen. Wieso haben wir die nicht mitverkauft? Weiß ich nicht. Kann ich dir nichts sagen. Ich hab hier noch Wasser. Jetzt frag mich nicht. Ich komm. Ich weiß nicht, ob du da den Eimer unterstellen musst oder... Da steht der Eimer, ne? Oder wo soll das hin? Ich hab einen Eimer hier, glaub ich. Ich hab einen hier, ja. Ich komm. Ich sag's mal, du wärst ja zuerst irgendwie... Den... Den Kugelhahn aufmachen müssen oder so. Geht das so? Naja. Oder doch? Nein. Also hier geht nichts, oder? Nein. Geht das hier am... Geht das hier am Schlauch? Ich weiß auch nicht. Am Wasserschlauch oder Pumpe? Das kann ich dir... Hier ist ein Hahn draußen. Kann man den aufmachen? Ja, hier soll man den aufdrehen? Nein. Hm. Hm. Was ist das hier alles? Hast du da Futter? Einfach so... Okay. Ja gut. Da hängt nur der Schlauch, ne? Das ist nicht... Ja, und wie krieg ich jetzt Wasser zu meinen Hühnern? Dann rollen wir nochmal auf. Warte ist ja, guck mal hier vorne. Komm mal her. Hier ist so ein... Guck mal hier ist so ein... Ja, da war ich schon. Das geht auch nicht. Was an dem Napf hier nicht? An dem Ding hier? An der Pumpe, weiß ich nicht. Ja, ja. Ähm. Ja. Denn, äh... 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 Pfff... Ist da bei den Kühen dann noch irgendwas irgendwie... Nee. Keller bitte. Mais. Hey. Hey, hey. Hast du es gefunden? Nee, ich bin im Keller. Hackschnitzel. Säcke. Ja, geil. Vogelspäne. Tierstreu. Ach, guck mal. Was ist denn? Hackschnitzelsäcke. Dann hast du noch den Keller entdeckt. Ja. Vogelspäne, Hundefutter, Kartoffeln. Ach nein. Kannst du alles lagern hier. Aber wir haben noch nichts davon, ne? Das wäre doch nichts hier, was ich vorhabe. Was? Ne, ich will gerade hier so ein bisschen... Das kannst du hier alles lagern. Okay. Ah, das habe ich befürchtet. Scheiße. Was? Na gut. Ich wollte hier Mais rein kippen, aber... Und weg damit. Aber hier hat er auch noch Schweineverhalter. Ein Sau, du. Kannst du hier irgendwo Wasser holen? Klingelt aber mal beim Nachbarn. Wo kann ich denn Wasser holen für meine Hunde und meine Hühner? Weißt du nicht, oder was? Ich habe einen Ferkel gekauft. Egal. So. Das ist richtig Action hier, ne? Wie kriegen wir denn jetzt Wasser in die Viecher? Hier ist richtig Action, weil hier alles durcheinander ist. Wasser. Na ja, der LKW steht hier mit Licht an. Wie machen wir das? Warte mal, was machen wir hier? Was kannst du ruhig ignorieren, ja. Und Baumwolle. Direkt generell ist... So, hier nochmal ein Außenhinter. Zuerst musst du beim Händler entsprechende Haltungsvorrichtung kaufen. Pflege. Muss ich um die Tiere kommen. Füttersieg, gewinne Wasser. Ja, wie? Wenn die glücklich sind, bla bla bla. Pferdeschweine. Bier. Totale. Musch. Wille, misscharfe. Hühner. Butterweizen. Erzeugnis. Eier. Eierplatte tauschen. Neben dem Hühnerstall auf. Kannst du die Paletten manuell bewegen? Stell auf. Eierplatten. Tauschen. Neben dem Hühnerstall auf. Das sind dann Eierplatten. Tauchen neben dem Hühnerstall auf. Eierplatten sind bestimmt hier die Dinger, wo die Eier reinkommen. Aber da ist noch eine Palette drauf, oder? Hier ist das. Hier eine Palette drauf? Mal gucken. Alles, weil ich jetzt mal deine Koppel gedüngt da unten, oder immer noch nicht? Welche? Naja, die du gesehen hast. Weil irgendwann, wenn das ausgewachsen ist, dann kannst du nicht mehr düngen. Dann bringt das nichts. Ne, hab ich nicht. So. So. Keine Ahnung, ob das richtig ist hier, was ich mal habe. Das weiß ich auch nicht. Ne, ne, ich auch nicht. Probier das einfach mal. Ist ja eine Palette drin, aber... Eierplatten. Das bringt mich auch nicht weiter. So, da sind wir der Sache noch nicht weiter. Hm? Ich sagte... Hm? Ja. Wie sieht es hier die Tür auf? Wie kriegen wir denn Wasser jetzt? Weiß das einer? Chat? Hallo, Chat. Weiß einer, wie wir da Wasser reinkriegen? Oh, ne. Weiß keiner. Ja, das weiß ich allerdings aber auch nicht. Keine Ahnung, wie man da... ...überhaupt nicht. Das weiß ich nicht. Wichtig. Wichtig. Ja. Wir müssen kurz nicht mehr aufpassen, dass wir das Wasser reinkriegen haben, Komm rein, ich bin warm gespielt. Ja, komm gleich. 20 Minuten noch. Hast du dich schon ein bisschen aufgeregt? Also, da haben wir gesagt, im nächsten Stream, man. Ich kann doch nicht hier einmal alles mischen. Oder? Ice King 1, Blit. Das geht nicht. Oder? Geht das? Nee, das geht nicht. Was? Nee, eigentlich nicht. Du kannst ja nur Wingman, ne? Man spielt halt zusammen. Eins gegen eins, Blit. Nee, das geht nicht. Das geht leider nicht. Nee. Nee. Geht nur, wir beide können nur gegen zwei andere spielen. Wie kann man denn Weizen in Säcke packen? Kannst du hier oben auf dem Hühnerstall packen. Was möchtest du? Man kann Weizen irgendwie in Säcke packen, aber ich weiß nicht wie. Kannst du unter, unter, warte mal. Mit dieser Maschine kann loses Material in handliche Säcke abgefüllt werden. Ja? Mit welcher Maschine? Silber ist sie per Kornschieber oder mit einem Big Pack? Kann man eine Palettengabel und eine Plattform Anhänger fangen? Was denn? Ich sag mal, mit welcher Maschine? Unter Produktionsgeräte musst du gehen. Feststoffdünger. Guck mal, hier ist doch unsere Düngermaschine. Wieso habe ich die denn nicht gesehen? Oh, Bruder, ich habe Wasser im Eimer. Geil. Da ist die Maschine. Das ist natürlich perfekt. Flüssigdünger und fester Dünger. Klasse. Das ist gut. Gut, 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 gut. Backhefe. Brennholzsack. Gas. Gitterbox mit Römer. Aha, gut. Gut, gut. Da ist doch schon ganz schön hoch geworden hier, der Kram. Ich kann gar nicht mehr sehen. Ui. Ey, wo kriegen die Hühner das Wasser hin, du? Was? Wo packe ich das Wasser hin für die Hühner? Wird er in die Tränke rein? Da wird doch irgendwo, wollte ich gerade sagen, irgendwo wird doch eine Tränke sein. Nee, draußen. Draußen ist doch so eine Wanne, oder nicht? Ja, aber da geht das nicht rein. Aber ich versuche das nochmal. Mal sehen, ob das... Hey, mein Eimer. Oh, ausgekippt. Ging da rein, oder was war das nicht? Nee, noch nicht, ist ausgekippt. Ist umgekippt. Achso. Ich lasse hier einmal kurz den... ...helfen mal laufen. Ähm. Wieso brummt der denn noch hier? Ja. Aber ich habe doch vorhin, das verstehe ich nicht. Gleich rastet sich aus hier. Ah, geht doch. Abferkelstall. Rosa Ferkel. Hast du sowas auch noch gekauft? Was denn? Oder nicht. Hast du irgend so ein Ferkeldings gekauft hier zum Abferkelstall? Da ist irgendwas am Stall drin. Ich glaube, du kriegst Bibis. Ja. Du kriegst... Hab ich. Gekauft? Ja. Meine Fresse. Kümmer dich doch mal da so. Aber ich habe nur ein Ferkel... ...ne Sau gekauft mit Ferkeln. Die hat noch nicht mal Stroh und Fressen hier. Achso, bist doch gemein. Ach, das brummt ja. Alter, schweig meine Nersen. Wie kriegen wir denn da Stroh rein? Oh, du machst ja immer... ...Stroh, Schweine, Futter. Oh Gott. BMW, wollen wir nachher nach dem Streamen können wir gerne nochmal spielen, wenn du willst. Eine Runde. Wenn du Lust hast. So. Jetzt müsstest du an meinen Hühnern eigentlich an nichts mehr fehlen. So, gucken wir mal. 100% Produktivität. Nahrung. Haben die Geld. Okay. Haben die oder? Ja, jetzt ist 100% hier. Jetzt ist es volle Lotte. Eier. 0, 0, 0. Okay. And then. So. Hunde-Votter. Wir müssen Hunde-Votter haben. Jetzt nichts. Wir brauchen Tierbedarf. Hunde-Votter. Was hast du Hunde-Votter? Habe ich schon gerade. Oder hast du noch? Nee, ich habe gar nichts. Wir müssen den Mist wieder abholen. Brauchst du noch irgendwas vom Händler? Äh, nee. Wenn ich nochmal fahre? Nee, alles gut. Ich habe alles. Ja, ist gut, BMW. Alles klar. Können wir gerne machen. Hunde-Votter. Hunde-Votter. Viertel-Votter. Also du brauchst nichts, ja, Bruder? Nee, alles. Ich habe alles hier, danke. Dann nochmal die Kühe ausmisten hier. Ja. Ui. Ich bin auch schon müde. Ja, ich bin gegen so ein Holzpfosten gefahren. Ich glaube, wir brauchen noch ein Statiker hier. Oh, oh. Ich mache, wir machen auch. Also ich weiß, ich mache gleich aus. Halb neun, glaube ich, oder was? Oder? Machen wir bis neun? Ich weiß nicht, mir ist das viertel acht ist das so. Ja. So. Ich glaube, ich auch noch mal ein bisschen. Mist, hier raus. Mal gucken wir mal. So. Was hier los? Oh, dann wollen wir mal gucken. Aufklappen. Aber können wir nicht auch Seitentür aufklappen? Bevor wir hier abhauen, Tierbedarf, nehmen wir nochmal Hundefutter, Hundefutter, Hühnerfutter. Hühnerfutter hatten wir ja genug, ne? Dann nehmen wir einen mit. Warum? Noch einen Hühnerfutter mit. Und nochmal Hundefutter. Ui. Ui. Was ist das? So. Da, da. so ach So, zack. So, sauber hier. Schön. Ich komme. Ich habe Futter gekauft. Ich habe einmal Hünderfutter genommen, hier, wie heißt du, 100 Prozent, weißt du. Ja, ja, klar. Und Hünderfutter habe ich auch mitgenommen. Die armen Viecher, die haben Hunger. Ja, das glaube ich. So. Da kümmert sich auch keiner drum. Hui. Wappala. Ach so. Das ist ein super. Wie weit ist denn eigentlich, wie weit ist denn eigentlich unsere... Na, wie ich schon mal hier bin. Gehört Ralf Herz. Ich habe geguckt, dass unser Feld ist. Das sah schon aus. Als wenn da was gewachsen ist. Aber es gehört Ralf Herz, das Feld. Ja, oh ne. Das war bloß die Finger von mir vor, das ey. Na ja. So. Wir haben ja... Hey, hey, da kommst du. Mahlzeit. Mahlzeit. Wir haben ja... Ich lass dir mal hier stehen, glaube ich. Ich krieg den Mist da jetzt wieder raus. Ja, ist so gut. Oh Gott. Gesundheit. Uff. Meil. Aua. Geht? Danke. Bitte. Ja, geht. Wie komme ich da jetzt rein? Da kriegt man hier... Oh, danke. Wie kriegt man die Seitentür auf einem Ford? Weiß ich nicht. Zeig dir nichts an, wenn du da auf den Griff gehst oder so mit der Maus oder so? Nee, nee. Das kann ich dir nicht sagen. Was haben wir denn hier? Den können wir mal an die Seite stellen. Nur da. Ich verzweifle an den kleinsten Sachen hier. Ah, da jetzt. Hat man mal, ne? So. Ich will mal gucken, was für Felder wir da noch. Ähm. Das ist natürlich ein bisschen doof gemacht jetzt, ne? Jetzt haben wir hier... Guck mal, die sechs haben wir auch noch. Oder? Und nicht vor der... Na? Zwei. Alles klar? Was? Ist gleich aus. Ganz gleich. Ähm. Was ist das hier? Okay. Wollt schlafen gehen. Er ist im Moment nicht müde, sagt er. Ja, unser Hund war auf dem Dach. Ja. Verrückte Vieh. Hab ich dir. Normales denn nicht, glaube ich. So. Aber was müssen wir ja noch mal. Som ... ja. Ja. so ich werde mein trecker schon mal parken hier und wenn ich hier noch mal ein bisschen rumschlendern gucken was sie noch was aber auch nicht mehr kein brauche heute kein schwung mehr holen ich glaube langsam werde ich auch müde hundefutter sucht das ist im keller was sind deine hunde ich meinte natürlich klar ihr deine kleine wieso macht er immer kann man da welche das will ich jetzt noch mal aus das ist ja klatsch deine kleine ferkel mama hier hinten braucht stroh und fressen haben wir noch irgendwie die schubkarre und schweine vor ihr die brauchen ein bisschen was hier endlich noch schweine vor da draußen dann kann man auch hier ja guck mal kannst du hier direkt das tor aufmachen das passt ich komme ich ja super was brauchst du bist ja ich soll schubkarre mitnehmen ja 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 dann müssen wir noch mal gucken wie wir das trug reinkriegen haben wir hier lose stroh gibt es da sowas meine fresse jeder stadt raus weiß ja nicht hier ist auch so ein ballenlager hier draußen ballenlager menü aber ich weiß noch nicht objekte kapazität nächstes objekt gesamt kehren kenne ich gar nicht bist du denn ich komme ich komme hin und ich immer einen hinstellen ballen stell dir meinen ich hole mal schnell noch ein ballen das will ich mal wissen ich weiß selber nicht wie das hier geht mit dem ball genau kannst du hier an der seite längst und hinter diesem geradeaus durch da liegt noch schweine vater und dann ist auch ein tor und ich hole mir noch mal schweine vater und ich hole mir noch mal schweine vater und da draußen wenn du da unter dem vordach gehst und zeigte hier im menü ballenlager an ich kenne das so gar nicht müssen wir mal gucken das so auch geht ich komme mal dahin mit mir zu sehen jetzt damit wo ist diese felge links aber ich komme da hoch ja da wenn du da das tor auf machst neben dem haufen der licht drehen mal um das sieht schon cool aus wenn du schubkarre schiffst irgendwie danke und dadurch das tor durch und dann links in die durch die grüne tür ach ja stimmt mich ich will hier mal so ein ding reinstellen ich will das maus fest das kenne ich noch nicht das ist ja nur so ein bisschen bisschen länger mal raus das war es gibt das ja mal viele neue sachen aber dann tasten wir uns mal ran ok und stopp mal gucken stroh 0 ok dann habe ich scheinbar irgendwas falsch gemacht oder ja keine ahnung objekte 0 objekt zu schwer klar das soll doch da rein ach ich bin auch blöd hier vorne rein hause ja ja aber ich werde auch mal strohball geschichte hier werde ich ich werde mir da noch mal gedanken wo man stroh 0 von hoppla das war ja witzig objekte 0 kapazität 123 stück das muss ja dann schon irgendwas eine kleine das vermute ich mal kleine strohball noch nicht so eine riesen quaderball das wird das wohl sein ja das glaube ich da ist schon ein bisschen ich kann da wohl noch ein bisschen kann rein fahren glaube ich noch was ja ja genau ich glaube mal die meinen bestimmt kleine strohball weil da steht kapazität 123 stück du kriegst ja ja nie so eine quaderball rein das sind bestimmt kleine ich war dabei das wird nichts aber egal ist das entspannend das spiel schön man mich nichts zum ausregen aufregen außer du aber hat man sich ja auch schon mal gewöhnt so du die du ja ja ich stelle es aber nicht so zur schau wie du das ist das nämlich haben wir eigentlich was haben wir eigentlich müssen da vorne müssten wir eigentlich auch sehen die koppel sind ja du bist ja jetzt nur mit den hühnern da beschäftigt da muss ja auch noch sagt die 6 die 5 die 2 ist ja noch arbeit hier die 6 die 5 man echt arbeit so ein hof ne oder also ich alleine soll sowas nicht machen die 6 die 5 und die die 6 die 5 und die 2 und ich gleich noch mal gucken ob wir den großen hier den anderen schon der weißt du der eine noch mal größer ist und wir den auch mit vorn leider kriegen weil dann kann der kleinere weg brauchst du nicht so viele trecker hier rum ja hier produktivität 89 prozent was fehlt denn da noch soja bohne mais aber noch nicht trebe was ist denn trebe was ist denn trebe weißt du das ich wusste das mal treber ist doch ist treber nicht dieses bisschen brauerei oder sowas ist das nicht auch treber dieses restprodukt davon viehhändler ach guck mal da können wir auch mal ein paar fücher richtest du jetzt kein stroh da rein ne 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 irgendwie nicht abdeckerei was haben wir hier noch wo ist dann hier schafe brennerei aber was können wir denn zur brennerei bringen die wollen bestimmt hier so gerst und so einen scheiß haben brennerei wo finden wir denn hier brenner da brennerei weizen gerste guck mal können wir direkt da hinbringen die zahlen gut oh für weizen zahlen die gut das ist ja eigentlich hier dünger kannst du und wir stellen jetzt schön dünger her und dann verkaufen wir das im gartenzentrum da gibt es auch nicht geld 4000 unser frontlader einer ist hier butter äpfel beeren tomate honig warum haben wir eigentlich keine bienen honig im dorfladen 15.500 alter weißt du was ich gerade sehe hey na was was ist denn wir können ich werde verrückt bullensperma können wir verkaufen wird einer die tür aufgelassen bei den schweinen die laufen raus nein macht sich schnell zu da habe ich jetzt alter wir können bullensperma verkaufen wie geht das denn ja frag mich nicht wie das geht ist oben abgebildet dafür müssen wir erstmal bullen haben wach ferkel ferkel beim viehhändler 9.500 euro deswegen sag ich ja deswegen wollen wir auf ferkel jetzt anfangen oh ferkel bei der abdeckerei 10.000 das ist natürlich oh sparen ferkel im dorfladen 12.000 ja tschüss hat er eine neues auch gemacht ab auf den tisch geschmissen ja dann müssen wir damit mal anfangen dann habe ich kein stroh ich will mal gucken ob ich ich kriege da kein stroh rein wieso kriegt er kein stroh rein dann lassen wir den mal hier stehen und bereiten das vor ach so da fährt er zack das geht nicht ok wie kriegen wir denn da scheinbar muss man mal gucken wie viele tiere haben wir denn wo hast du die gabel von dem die müsste ja die gabel steht eigentlich in der scheune da oder in der halle eigentlich da in der halle oder nicht wo ist sie nee die hattest du zum schluss was wolltest du damit du hast sie doch aus den aus den fässern daraus geholt das weiß ich noch wo du mich fragtest wo die ist da hat doch das naja die steht hier robin ding ist da gehakt ich wollte den hier nur schon mal ankoppeln so ich bin auch fertig für heute ich auch ich will nur einmal probieren ob ich das Stroh reinkriege jetzt aber und dann sag ich mal widmen wir uns auch dem Ende das denke ich ist gut hier sind die türen noch auf basement basement wo bist du denn gerade ich fahr auf den hoch ich bin da gleich bei dir hey warte mal kann man nicht pass mal auf kann man nicht was kann man nicht pass mal auf ich hab ne Idee wo ist er denn hin haben wir den gar nicht mehr was sein doch da wenn ich hier oben mit diesem warte mal was gucken guck mal ich kann hier kann man pass mal auf wird erstmal was aus ich komme mal runter ich kann doch hier mit diesem ah da bin ich gerade drauf gekommen pass mal auf mit unserem einstreuer hier kann ich auch hier abladen wenn du das dann in die schubkarre nimmst komm mal her ja kann man das machen ich komme und aus ausprobieren versucht das mal aus ich habe ein bisschen abgekippt das können wir ja noch mal versuchen ja das machen wir das sieht aber auch gut aus wenn du da mit einer schubkarre kommst danke du aber auch danke ich fahr ein stück vor dann brauchst du nicht ganz rumlaufen komm oh gott sei dank ja kein problem hier hast du was hingekippt das will ich mir mal angucken ja geht das guck mal super läuft hast du noch ein bisschen was ja du wegen mir ich bringe dir noch was oder stellst du auch gleich den crema wieder weg denn ich stelle den crema als meister kamer und zweitens natürlich gerne aber crema ist doch scheißegal ja ist gut ist gut ist gut gibt das hinten bei den schweinen ab bei der ferkelzucht und dann brauchen wir nicht immer so weit laufen das war nur ein test jetzt mach mich doch immer du machst mich schon wieder naja weil ich mir das auch immer anhören kann von dir so langsam hier so so auf geht's wenn wir mal sehen hier tüze und sony hast du da mit der paletten ja okay das ist in stroh gefahren ja ja okay ich merke das jetzt ruf doch die polizei echt jetzt wenn wir nicht einmal vernünftig streamen naja du hast angefangen mit der stichelei das können alle bezeugen so können wir das hier einfach so super klasse da fühlen sie sich auch gleich wieder viel wohler so da kriegen wir doch locker noch eine ladung rein fühlt sich die sau auch wieder wohl so und weiter lang das hat gut funktioniert so langsam kriegen wir das heraus wie das alles läuft hier das war aber schlecht so ach oh ach du scheiße das Wort hat mich umgehauen so den fahr ich noch über denn ist aufschloss ja dennis dennis ja dennis muss ich kurz auflassen das Gatter hier ja passiert nix ich glaube so die hellen so das haben wir noch da rein so dann fühlt die sau sich gleich sauwohl das ist gut an die ferkelei beginnen machen wir mit dem ferkel wollen wir die echt zum schlachter klar oh herrlich so ich wäre so weit kriegst du die kurve nicht alter was ist los was müssen komm schon ah gut ist einfach hier super die lassen wir mal hier stehen die machen wir zu und dann gucken wir mal was meine ferkel haben super schweinefutter stroh ach süß so produktivität 100% super hat ja auch jetzt eine stunde gedauert bis du das mal zurecht hattest naja und das ist schon wieder sarkasmus von dir nein hast du das doch hast du toll gemacht gut jetzt steht der anhänger hier wieder auf dem Hof halt du lässt wieder alles stehen welcher anhänger welcher anhänger der wasser den ich für dich geholt habe jemand so ja klar ja ja für mich geholt klar ich hoffe das ist zum nächsten streamer alles ein bisschen anders mit dir wegen mir auch wenn es knallt noch ein Meter oder so wieschikowski das Auto ist drin so die Tür nicht zu haben wir alles wir haben alles vielen Dank für sich zu gucken ja ja das war's dann bis zum nächsten Mal gut machen wir hier schon mal einen schönen Abend und schön dass du da haben wir noch ein host starten das kannst du möchte jemand noch einen einen wunschlos werden sehen wir uns nochmal hosten hello mother fuckers motor robin moin der kommt zum ende kommt der rein hier ist ein maske moin robin hallo hat schon ende ich wollte dich hosten bruder warum willst du mich hosten bruder wieso denn nicht ich wollte doch auch robin mein freu aber trotzdem schön dass du da bist wir sind aber gerade am ende leider wenn ich jetzt auch schluss mache ist es ja blöd mich zu hosten du einfach nur wegen der erfahrung ach so nehmen wir wieder ein vor dem fahr